Hallo, ich bin Adrian von Bauer, Comiczeichner aus Berlin. Ich bin der Herausgeber von Jazam und hab Comics gemacht wie Hipsters und die Toten in Isar Palace. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuesten Ausgabe der Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo allesamt, hier spricht der Zukunfts-Andi. Nachdem wir die Ausgabe, die ihr gleich hören werdet, aufgezeichnet haben, ist uns eingefallen, ey Mensch, wir haben ja noch so ein Gewinnspiel. Denn in Zusammenarbeit mit Panini Comics Deutschland können wir an dieser Stelle zweimal den Comic verlosen Eva, Klima in der Krise, von Areld Mittun und Björn H. Samset. Das ist ein ziemlich hübscher Comic über eine junge Influencerin, die sich plötzlich mit dem Klimawandel auseinandersetzen muss. Ich hatte bei der Leipziger Buchmesse die Gelegenheit, den Areld Mittun, also den Zeichner dieses Comics, persönlich zu treffen und mit ihm ein bisschen über den Klimawandel zu sprechen. Das ist ein ganz tolles Gespräch, das ihr jederzeit beim Telestammtisch nachhören könnt. Und nun wollen wir euch ein Gewinnspiel präsentieren. Wie ihr mitmacht, ist super easy. Ihr könnt uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder via E-Mail einfach schreiben, dass ihr hier an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wo und wie ihr das am besten tut, da schaut einfach gern mal in die Shownotes. Da findet ihr alle relevanten Links. Ihr dürft gern auch alle Möglichkeiten der Teilnahme gleichzeitig benutzen. Teilnahme Schluss ist zwei Wochen nach Release dieser Ausgabe. Viel Spaß und vor allem viel Glück. Herzlich Willkommen zu der neuesten Ausgabe der Comic Cookies. Das ist Folge 131. Ich bin der Andi aus Nürnberg. Und heute findet dabei die volle Mannschaft an Keksen. Der Andi aus Nicht-Nürnberg. Servus. Guten Tag. Außerdem noch der Patrick. Hallo. Oi. Und der Breedstorm. Wie immer das Urgestein. Hallo. Gaya Su. Ja. Vorwarnung. Der Breedstorm hatte Kaffee, wie er uns gerade vermeldet hat. Nämlich zwei. Und das scheint ein bisschen eine Überdosis zu sein. Mal gucken, wie sich das auf die Besprechung diverser Comics auswirkt. Wir haben heute wie immer jeder von uns zwei Comics individuell vorbereitet, die wir vorstellen werden. Und dann haben wir noch in der Cookies Code Authority ein gemeinsames Thema. Außerdem werden wir ein paar Rückblicke auf vergangene, kürzlich vergangene Comic Veranstaltungen noch mitberichten. Und ich denke, damit fangen wir dann wahrscheinlich auch am besten einfach erstmal an. Andi, du hast zwei Sachen besucht. Will ich mal los? Das stimmt. Wir gucken heute auf verschiedene Comic Veranstaltungen zurück. Und die größte, die es in letzter Zeit so gab, war die Leipziger Buchmesse, die sich ja auch noch eine quasi Parallelveranstaltung gönnt. Also mehrere. Und eine davon ist ja die Manga Comic Con. Circa 270.000 Leute haben es Ende April 2023 nach Leipzig gewagt. Und das wohlgemerkt, unabhängig davon, dass Helene Fischer mehrere Abende in Folge dort gespielt hat und es quasi ausgeschlossen war, kurzfristig bezahlbare Hotels zu bekommen, ist das auf jeden Fall eine volle Stadt gewesen. So viel kann ich sagen. Für mich war es das erste Mal. Und ich hatte nicht nur wahnsinnige Rückenschmerzen. Ich bin zwischenzeitlich auch im größeren Stil operiert worden und kann wieder stehen, laufen und gehen. Das war bei der Leipziger Buchmesse noch nicht so. Da bin ich nämlich mit meinem Umkreis von circa 10 Metern immer so vor mich hingehumpelt und hatte dann in meinem Rolli, in dem die ganze Aufnahmetechnik war, auch obendrauf gestülpt noch so ein Dreibein, so ein Camping-Dreibein, sodass ich auch mal eben mitten in der Masse mich einfach mal hinsetzen konnte. Und trotzdem war es eine tolle Veranstaltung, die diesen Comic-Schwerpunkt ja immer mehr ausbaut. Im Gegensatz zu Frankfurt, die jetzt wohl angeblich wieder anfangen. Die haben extra eine Person etabliert, die jetzt wohl den Comic nach Frankfurt zurückholen soll. Also zur Buchmesse ist der in Leipzig nie weg gewesen, so in dem Sinne. Tolle Veranstaltung, ganz viele Verlage, auch mit großem Stand und natürlich auch ein großer, und das sagt der Name eben auch schon, Manga-Schwerpunkt. Also insbesondere Ultra wird es mir natürlich aufgefallen. Da war aber auch Crunchyroll am Start. Ich könnte jetzt alle Sachen aufzählen, alle Verlage, aber neben sowas wie Panini und Carlsen hatten wir dann eben auch kleinere Verlage wie im Reprodukt und hast du nicht gesehen, die waren alle am Start. Alles ganz cool, Avant war glaube ich auch da, toll. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es hat verschiedene Gründe. Zwei will ich jetzt mal herausholen. Und zum einen habe ich natürlich Interviews geführt, wieder mit Gott und der Welt. Was ich seit der letzten Ausgabe Comic-Cookies an Comics gelesen habe, das ist nicht mehr feierlich. Es waren bestimmt 20 Graphic-Novels. Das war eine Mischung aus Arbeit und Vergnügen, so viel kann ich mal sagen. Und auch Sachen, die schnell mal durchgingen, so ein Manga, den hat man ja, wenn man fix ist, eine halbe Stunde durch. Oder eben auch so ein 400-Seiten-Graphic-Novel-Avant-Ding, wo man halt ein bisschen mehr Zeit investieren muss. All das habe ich getan und das Gute war, dass die Interviews, die ich vereinbart hatte, 14 Stück waren es in der Summe, die kamen alle zu mir. Netterweise hat mir nämlich die Messe so einen Raum zur Verfügung gestellt und mit Arbeitsräumen, da mangelt es nicht. Das ist ein riesen Gelände. Und dann, ja, auch wenn es ein bisschen länger wohl zum Besuchen war für die eine oder andere Person, kamen die quasi alle zu mir. Ich konnte sitzen und musste halt nicht durch diese fünf Messehallen plus Mittelhalle plus sonst was huppeln, sondern es war halt einfach nett, dass die alle auf mich zukamen. Und deswegen tolle Gespräche, tolle Leute. Also das ist das eine Ding, ich habe unsagbar viele Anmoderationen hier für die Comic-Cookies aufgenommen. Also wir haben jetzt locker ein Jahr Anmoderationen durch. Und dann natürlich habe ich erneut und letztlich, wie man so will, unsere Freunde, sowohl vom Comic-Klatsch, den drei Frauen und Comics, da liebe Grüße auch an Ariane und Sandra, die waren da, die habe ich beide getroffen. Und dann waren auch noch dabei der Flo und die Nadine von Gicke Regie. Und auch mit denen habe ich mich wie immer herausragend gut verstanden. Wer da ein paar mehr Details wissen möchte, ein bisschen rumgenerdet und vielleicht auch so ein Fazit zur Veranstaltung, der hört gern mal bei den Gicke Regie Leuten rein. Die haben in ihrem Podcast eine Ausgabe, wo wir uns einfach zusammengesessen haben und haben trotz, sagen wir mal, überschaubarer Audioqualität und Aufnahmebedingungen da ein tolles Gespräch geführt, hört da sehr gern mal mit rein. Leipziger Buchmesse von mir, beide Daumen nach oben, ist eine Veranstaltung, die ist nicht so businessorientiert wie Frankfurt. Ganz im Gegenteil ist ja eine Consumer-Messe, also da kommt der Endkunde hin oder die Endkundin. Ist sehr voll, unfassbar voll. Also sicher für viele Menschen auch zu voll. Ich weiß nicht genau, wie die Ticketpreise sind, ehrlich gesagt, weil als Presse ist das jetzt ja mit dem Pressezugang alles ein bisschen anders. Es waren Riesenschlangen, die Bahnen waren viel zu voll, der ÖPNV war ein bisschen überlastet, ein bisschen sehr. Und abends war auch schön, ich habe mich immer mit tollen Menschen getroffen, vor allem Leuten aus der Artist Alley und so. Ich hatte abends einen großen Tisch reserviert, wir saßen zusammen, es war schön. Da auch liebe Grüße an auch beispielsweise jetzt mal Kenny und Paul, die ihr vielleicht Menschen kennt, die dem Telestammtisch noch folgen. Und es war schön, kommt zur Leipziger Buchmesse, wenn ihr da die Gelegenheit habt, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Das war die erste von zwei Veranstaltungen und damit es kein zu langer Monolog wird, spiele ich den Ball mal zurück, Andi. Alles klar, dann mache ich weiter. Ich war kürzlich auf der Comic Invasion in Berlin. Die Comic Invasion dürfte den meisten ein Begriff sein, gibt es ja mittlerweile auch schon seit, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Jahre, zehn oder so. Und hat sich über die Jahre immer weiter vergrößert und verbreitet und ich war noch nie dort und dachte mir dieses Jahr, schaue ich mir das mal an und bin da mal für einen Tag hingefahren. Die Veranstaltung dauert zwei Tage, ist Samstag und Sonntag, ich war am Samstag dort, bin eben früh hingefahren, abends zurück. Und ja, war ein sehr, sehr schöner Ausflug. Also die Intention hinter der Comic Invasion damals, als das gegründet wurde, war ja speziell für die Berliner Comicszene was zu machen, dass Berliner KünstlerInnen dort einen Tisch haben und ihre Sachen präsentieren können und dass eben tatsächlich auch Comic präsentiert wird. Also die Vorgabe ist, man darf da auch alles andere verkaufen, aber man muss wenigstens einen Comic dabei haben an seinem Tisch. Also wenn man gar keine Comics hat, dann ist man auf der Comic Invasion falsch. Das Ganze fand statt, wie schon in den vorangegangenen Jahren, im Museum für Kommunikation bei freiem Eintritt. Und in diesem Museum ist also, wenn man reinkommt, im Untergeschoss direkt wie so ein großes Atrium, so eine große runde Innenfläche. Und auf dieser Fläche waren dann eben die ganzen Tische ausgestellt, beziehungsweise dann so außenrum gab es dann wieder so einen Säulengang, wo man so ein Treppchen hoch geht, auch um diese runde Innenfläche herum. Da sind dann eben auch noch Tische gewesen und in einem Raum gab es dann Lesungen und Ausstellungen und Workshops. Und über die Stadt verteilt gab es ja auch über den längeren Zeitraum hinweg noch diverse andere Satelliten, wie sie es immer nennen, Satellitenveranstaltungen. Die Lara, die die meisten ja auch irgendwie kennen werden, sei es vom Yay Comics Podcast, den sie mit Carlos macht, sei es von allen anderen Comic Veranstaltungen und Nerd Podcasts, wo Lara irgendwie mal dabei ist, ist mittlerweile Festivaldirektorin und veranstaltet das Ganze eben mit einem tollen Team. Und ja, das Ganze ist eben sehr Indie, das ist auch der Anspruch so ein bisschen mit dabei. Also in dem Programmheft sind so circa 90 Ausstellende ausgewiesen. Das sind zu kleinerem Anteil auch kleinere Verlage. Also auch Reprodukt hatte da einen kleinen Stand und Avant und auch der Yaya Verlag. Aber hauptsächlich sind es eben tatsächlich eher EinzelkünstlerInnen beziehungsweise so kleine Kollektive, die dann eben auch einen Stand haben und da ihr häufig eben selbst verlegtes Programmfeil bieten. Ich habe mich dann mit Adrian von Bauer ein bisschen unterhalten und auch mit Matthias Lehmann, die zwei haben wir da eben getroffen und mit dem ein bisschen gequatscht. Hauptsächlich habe ich tatsächlich, ich muss zu ihm, sehr, sehr viel mit Carlos verbracht, sehr viel Zeit. Wir saßen sehr viel draußen und haben Cola getrunken und uns unterhalten. Und ein Freund von mir aus Berlin war auch noch da mit seinem Sohn, mit dem noch ein bisschen rumgegangen. Also war auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr, sehr sympathische Veranstaltung. Dahingehend auch eine relativ kleine Veranstaltung. Also es ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Andy gerade von der Leipziger Buchmesse beschrieben hat oder was jetzt der Comicsalon ist oder so. Aber das ist eben auch nicht der Anspruch, sondern eben tatsächlich so die Comicschaffenden aus Berlin da mal zusammenzubringen und sich präsentieren zu lassen an diesen beiden Tagen. Also coole Sache. Ich habe von dem Rahmenprogramm nicht viel mitbekommen. Es war auch leider, was das Wetter anging, der schlechtere Tag von den beiden an dem Wochenende. Also es hätte sonst auch draußen noch ein bisschen was stattgefunden. Das konnte an dem Tag dann nicht geschehen, weil es eben noch recht nass war und noch geregnet hat und so. Das hat sich dann hoffentlich am Sonntag dann verbessert gehabt. Aber ich habe einen Haufen Sachen mitgebracht, irgendwie diverse Mini-Comics mir erstanden und noch fast nichts davon gelesen, muss ich zugeben, weil ich dann auch gleich direkt wieder anderweitig unterwegs war und viel beschäftigt war. Aber das fand ich eben sehr, sehr, sehr cool, dass es so eine schöne Möglichkeit war, gerade eben so diesen Indie-Minicomic-Kram irgendwie mal da zu kriegen. und auch nicht nur das, was so ein großer Teil beim Comics-Salon immer ist, das, was von den Hochschulen kommt, was dann irgendwie doch für vergleichsweise teures Geld als Kunstobjekt verkauft wird, sondern eben wirklich von so Leuten, die dann auch für kleines Geld dann eben ihre selbstgemachten Hefte da feil bieten und einen sehr, sehr schönen Überblick so über die Nürnberger, Berliner Comics-Szene gegeben hat. Also ja, sympathische Veranstaltung. Wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich da öfter hinfahren. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt jedes Jahr hinfahren will, als dann doch von hier aus eine Ecke weg ist und dann ja auch eine Ecke Geld kostet, da hinzufahren. Aber wenn, wie Lara auch gesagt hat, eigentlich sollte jede größere Stadt einfach so eine eigene Veranstaltung haben. Das wäre das Ziel für die deutsche Comics-Szene, dass einfach jede größere Stadt so ihre eigene Version einer Comic-Invasion veranstaltet und damit eben die eigene Comics-Szene jeweils eben stärkt und präsentiert. Und sowas würde ich mir auch wünschen. Das wäre eine feine Sache. Also Comic-Invasion, wenn ihr die Möglichkeit habt, nächstes Jahr bestimmt wieder. Dann geht da mal hin. Lauter nette Leute, sympathische Veranstaltung und ja, sehr zu empfehlen. Andi, Airport. Ja, also ich war noch nie bei der Invasion. Die habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm und das ist halt auch geil. Du hattest jetzt den Ideal Comics-Podcast, sicherlich einen der besten deutschsprachigen Comic-Podcasts gerade erwähnt. Und der läuft ja immer auch im Wechsel mit diesem Podcast, den sie für die Invasion machen. Und das ist ja auch geil. Also man kann so sagen, es gibt so ein bisschen Phasen, wo der eine Podcast einen größeren zeitlichen Schwerpunkt kriegt und Phasen, wo es der andere kriegt. Und da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Da kriegt ihr auch eine Menge tolle Interviews und die stellen auch regelmäßig das Programm vor. Auf jeden Fall auch nochmal eine Empfehlung dazu, falls man eben nicht unbedingt vor Ort sein kann und trotzdem irgendwie teilhaben möchte von dieser Veranstaltung. Ganz, ganz toll. Comic-Park. Comic-Park war ich auch in Erfurt. Und es gibt Menschen, die sagen, der Comic-Park ist das neue Erlang. Damit wollen sie sagen, dass es im Grünen stattfindet, dass teilweise einiges an Comic-KünstlerInnen kommt. Und das kann man so sagen. Vor allem aber ist da der Schwerpunkt Comic nicht so krass, also extrem. Es gibt für Comic-Fans wie mich und auch andere habe ich da wiedererkannt, wie beispielsweise den Mühli. Mühli 77, glaube ich, heißt der. Wie heißt der, Patrick? Weißt du das gerade auf die Schnelle? Mühli 77. Ja, ich glaube, genau. Also Thomas Mühlbrat kennt man noch von Panini-Comic-Forum-Zeiten. Genau, den habe ich auch wiedererkannt und viele weitere Comic-Fans, weil da nämlich wirklich große Leute am Start sind, die man auch wiedererkennen kann. Mit Namen tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber natürlich habe ich da auch mal, wie immer, mit dem, keine Ahnung, Sascha hat überhaupt gesessen. Das ist der Typ dabei, der aktuell bei, sag ich schon hier, beim Dings, beim Weißblech-Verlag diese Amazone da macht. Lubia, Lumbia, also es war ein ganz... Lubia-Wolfschwanz und natürlich mit Igel. Ja, und wenn ich hier mal so ein bisschen klicke, jetzt habe ich es gerade vor mir, wer ist denn da so mit am Start? Ein Barry Kitsen ist international bekannt. Und Dirkard Breitschuh ist der, der Luba macht, Luba-Wolfschwanz, genau. Viele weitere, natürlich Ines Kort ist deutschsprachig. Oder international haben wir noch Miguel Angel Ruiz und Lucas Tratti. Und viele weitere spannende Namen. Kurzum, da kommen auf jeden Fall eine Menge auch so Comic-Leute. Und das ist schon gar nicht schlecht und damit schon mal mehr, als ich zum Beispiel in der Größenordnung auch in Stuttgart zum Beispiel sehe. Zusätzlich hast du da einen riesengroßen Park, der vollgestopft ist mit Attraktionen, die die ganze Familie begeistern können. Da ist ein Cosplay-Bereich, da ist eine riesen Bühne auf der Veranstaltung, wie auch ein Cosplay-Wettbewerb stattfinden. Da sind aber ganz viele von diesen Walking-Acts, wie die bekannten Avengers, die da überall bei so falschen Veranstaltungen in tollen Kostümen rumlaufen, wo man Fotos schießen kann. Da sind Dinge dabei, keine Ahnung, so Steampunk, Post-Apokalypse-Bereich. Da existiert so unendlich viel. Eine Artist-Ally natürlich auch mit eher so Kleinkünstlern. Die machen dann zum Beispiel zusammen auch mit größeren Comic-Namen so Rap-Around-Cover. Das sind so Ausdrucke auf so einem Karton, ausgedruckt, bunt und schön. Und die kannst du um die jeweils aktuelle Ausgabe deines Panini-Hefts drum packen. Ja, die passt immer thematisch zur aktuellen Ausgabe der Justice League, zu Batman, zu Spider-Man und so. Das ist immer ganz cool. und gibt dem Ganzen noch so ein bisschen ein Highlight, ohne dass es offizielle Varianz wären. Und du kannst dich wirklich auch überall hinsetzen. Das sind mehrere Hektar, glaube ich, auf der Eger in Erfurt, meiner Heimatstadt. Und das macht halt wirklich ein gewisses Flair aus. Du hast, wie gesagt, ruhige Punkte, wo du mal in einem Biergarten sitzen kannst. Und davon gibt es nicht nur einen auf diesem Riesending. Da war ja auch vor zwei Jahren, letztes Jahr vor zwei Jahren, glaube ich, war da die Buga. Deswegen ist es alles noch viel schöner, als es eh schon ist. Und ich war mit anderen Leuten da aus meinem privaten Umfeld. Die hatten ein bisschen Ressentiments gegenüber Erfurt, weil sie diese Stadt seit längerem nicht gesehen hatten. Diese Ressentiments war nach den ersten 30 Minuten verflogen. Hat sich einiges getan. Wenn ihr also mal einen Ausflug ins Grünherz Deutschlands machen wollt und auch noch auf Comics steht, ist der Comicpark auf jeden Fall ein Besuch wert. Auch unheimlich voll, aber es verläuft sich halt auf dieser großen Fläche, diesem vielen Grünen. und ist auch ganz unabhängig davon, ob ihr auf Comics steht oder nicht. Eine tolle Sache, gerade auch für Familien. Comicpark, Daumen nach oben. Da habe ich aber nichts gemacht, da war ich nur rein privat und habe mir das Bier mal ganz genau angeguckt. Ich war zeitgleich, wo du in Erfurt warst, war ich beim Lux of Fantastic in Bensheim. Zusammen mit Gordon und Alexandros und natürlich Michael Wild, Andreas Butzbach und Bernardo Morales. Das ist so eine Veranstaltung, da geht es um Comics und Merchandise. Ist in einem Kino, einem sehr, sehr schönen Kino mit einem sehr, sehr coolen Museum. Wirklich, also wenn ihr da mal eine Führung machen könnt, macht die unbedingt mit. Und ja, da habe ich Gordon und Alexandros ein bisschen im Hintergrund ausgeholfen und der große Act war da natürlich Don Rosa, der signiert hat. Er durfte nicht zeichnen, aber der Name war eben so groß, dass sie damit nochmal vier, fünf andere Veranstaltungen in Folge gekriegt haben. Unter anderem in anderen Luxor Kinos und noch in den Park in der Schwarz, wenn ich mich nicht täusche. Und er hat da sieben Stunden durchsigniert, pro Tag mindestens. Hat mit den Leuten auch richtig schön geredet, geschwätzt, hat uns ein Intro angesprochen, mit mir ein Foto gemacht. Michael Wild ist zu ihm hin, hat ihm gesagt, dass er so ziemlich an seiner großen Idole ist. Er hat auch mit Kindern geredet, unter anderem mit Autisten. Das war teilweise richtig rührend. Und natürlich kam hier das große Thema Zensur auf. Da enthalte ich mich mal besser, aber ja, gewisse Sachen mit Bombi, den Zombie, werden jetzt natürlich in den Neuauflagen nicht mehr gedruckt zensiert. Da wird eben ein bisschen jetzt drumrum geschrieben. Ja, die Leute, die sich da beschweren, die haben das Ding seit Jahrzehnten eh schon in ihrer privaten Sammlung. Deswegen, ich bin strikt gegen Zensur. Da verstehe ich es jetzt mittlerweile so ein bisschen. Es war eine kleine, schöne Veranstaltung. Die Schlange zu Don Rosa hat bis in die Halle drüber quasi gereicht. Also am Anfang war es wirklich schwer durchzukommen. Und da ging es die Treppe hoch, beziehungsweise runter in den Kinosaal rein. Und da hast du dann auch nochmal angestanden. Ich habe in der Zeit, wo ich da angestanden habe, Leute für unsere Podcasts angeworben und zu Gordon dann zur Signierstunde geschickt. Also ich habe dafür doppelt Umsatz gesorgt und habe quasi PR gemacht. Und einer der Leute hat dann meine Stimme erkannt. Ja, deine Stimme kenne ich irgendwoher. Und war dann dankbar für die Comic-Cookies auch. Das war eine schöne kleine Veranstaltung. Dass ihr nicht zu Leipzig geschafft habt, hat mich natürlich trotzdem aufgeregt. Aber nächstes Jahr dann hoffentlich. Aber auch das ist so ein kleiner Geheimtipp, der nicht allzu teuer ist und den man spontan machen kann, wenn man da mal Zeit hat. Und also auch die Organisatoren dahinter sind super sympathisch und umgänglich. Ich weiß, du hast da auch eine Vergangenheit dazu, Andi. Ja, Vergangenheit. Also ich war da auch schon und es ist eine tolle Veranstaltung. Und nachdem die zeitweise das Comic-Thema auch wieder ausgeblendet hatte. Also sie haben teilweise eben nur unten gemacht und nicht oben noch. Finde ich es toll, dass sie das jetzt wieder in Angriff nehmen. Der Gordon hat ja schon das zweite Mal daran teilgenommen. Und vor allem auch, dass da jetzt zwischen Namen auftauchen wie der Don Rosa. Also das ist ja schon herausragend, dass der da war. Und es freut mich doch sehr, dass Comics dort wieder eine Rolle spielen. Und genau wie du schon sagst, wer kann, sollte auf jeden Fall mal die Gelegenheit dieser Führung da wahrnehmen. Dieser Führung durch dieses Klasik-Museum letztlich. Das ist selbst für jemanden, der nicht so ganz tief drin ist im zum Beispiel Figuren-Thema, Figuren machen. Das sind halt so Originalfiguren aus den 60er, 70ern. Auch so Fehldrucke oder Fehldgießungen oder wie immer das heißt. Oder originalzertifizierte Dinge von denen, keine Ahnung, George Lucas unterschrieben oder so. Also richtig seltener Schizzle, der halt auch normalerweise nicht zugänglich ist. Der ist nur zu dieser einen Veranstaltung, ja, wird das geöffnet. Dann auch mit Timetable, wo du überhaupt nur rein kannst und so. Ganz toll. Auf jeden Fall ein Ausflugwert. Genau wie das Kino selbst übrigens auch. Das hat so verschiedene thematische Säle. Exemplarisch mal genannt gibt es da diesen Star-Wars-Saal mit einem Vorraum. Das wirkt alles, als würdest du durch so einen Sternzerstörer oder was ähnliches gehen. Das ist schon ziemlich cool. Das habe ich schon in der Form noch nirgends gesehen. Du hast da wirklich eine Detailverliebtheit. Du hast da einige Figuren. Du hast dann Solo in Carbonit eingefroren. Und bei dieser Museumsführung gibt es eben drei Auflagen. Du darfst die Scheiben nicht berühren. Du darfst keine Fotos machen. Und du musst deinen Rucksack draußen lagern. Kann ich verstehen. Weil so macht eine Museumsführung keinen Bock mehr. Wenn du dir diese ganzen Fotos auch online anschauen kannst, geht halt niemand das Ding besuchen. Und die Veranstalter da haben ja wirklich sehr, sehr viel gesammelt. Ich war da auch nicht so in der Merchandals-Materie drin. Aber auch ich bin da nach der Führung positiv erschlagen rausgegangen und dachte, holy shit. Positiv erschlagen. Da ist der Sendungstitel. Gut, also wo Comics natürlich immer die Hauptrolle spielen, sind unsere Besprechungen von Comics. Und da werden wir jetzt wie immer erstmal kurz im Kreis rumgehen, dass jeder sagen kann, was er jeweils vorstellt. Patrick, welche beiden Titel hast du heute dabei? Also ich habe das Haus am See Band 2. Den Vorgänger hatte ich vor langer Zeit mal vorgestellt. Und natürlich nach dem Voting aus der letzten Ausgabe haben ein paar Leute für Star Wars gestimmt. Der Original-Drehbuchfassung zu Star Wars. Breedster, was gibt es von dir heute? Ich habe Outcast aus dem Hause Crosscult und Weltraumkrümel aus dem Hause Reprodukt. Anni, was gibt es bei dir? Bei mir gibt es Narren von Jason Lutz, erscheinen bei Carlsen. Und ich werfe einen Blick in einen alten Simpsons-Sonderband Nummer 8. Warum das egal ist, welche Nummer und so, erkläre ich später. Gut, ich habe dabei zum einen den Comic Running Girl von Yilu erschienen bei Reprodukt. Und den Comic Blood of the Virgin von Sammy Harkin, auch erschienen bei Reprodukt. Und dann außerdem für die Cookies Code Authority unser gemeinsames Thema. Der Andi hatte sich neulich mal gewünscht oder beziehungsweise vorgeschlagen, ob wir einfach mal wieder irgendwie ein aktuelles Superheldenheft lesen würden. Und das hat sich diesen Monat ganz gut ergeben, dass da in der Batman-Reihe gerade ein Schreiberwechsel vollzogen wurde. Deswegen haben wir jetzt hier das Batman-Heft 73 von den Panini-Ausgaben mit dem neuen Autor Chip Zdarsky. Und das gucken wir uns dann gemeinsam an. Aber dann gehen wir erstmal in die individuelle Runde. Patrick, leg ich los. Ja, also, ich habe das Original-Skript zu The Star Wars gelesen. Ähnlich wie damals, Suicide Squad unterstreicht das quasi nochmal. Okay, es ist irgendwo was anderes. Es ist so einer der ersten Ruhe-Entwürfe. Und da muss man sagen, jeder, der ein bisschen mit Filmen zu tun hat, weiß, das bleibt nicht bei der ersten Fassung. Es wird ein Dutzend Mal hin und her geworfen. Und nach der fünften oder sechsten Fassung erst hast du dann quasi das fertige Produkt. Und selbst da kann es dann passieren, dass da noch während dem Dreh umgeschrieben wird. Deswegen werden diese Drehbuchautorenstreiks gerade in Hollywood nochmal ordentlich dafür sorgen, dass wir das medial die nächsten Wochen, Monat, vielleicht auch Jahre noch zu spüren kriegen. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Und die Story ist eben die altbekannte, dass das Imperium quasi die Galaxie mit einem Sternenzerstörer bedroht. Aber dieses Ganze drumherum, das ist durch die Figuren, durch die anderen Planeten so jetzt so seltsam, dass man gemerkt hat, okay, da muss noch ein paar Mal drüber gegangen werden. Das hat sowas von so 70er, 80er Jahre Science-Fiction im Stil von Flash Gordon, Barbarella. Irgendwas in der Richtung, oder auch ein James Gunn würde sowas in der Richtung filmen, weil diese Charaktere, die sind so dermaßen drüber. Es hat nicht mehr dieses Heroische von damals. Wir haben hier, Darth Vader ist general, sieht aus wie Sub-Zero. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Kylo Ren und den Darth Vader, den wir später kennen. Man sieht sogar ein, zwei Mal die originale Darth Vader-Silhouette. Luke Skywalker und Anakin Starkiller, das sind so zwei alte weiße Männer. Die Jedi sind einer von beiden, ist quasi nur noch ein Kopf und ein Arm. Der Rest ist komplett mechanisch. So zerstört wurde er durch den Jedi-Krieg. Und dann haben sie natürlich noch Zwillingskinder. Und die Dialoge sind teilweise so absurd. Also da kommt dann, möge euer Studium euch zu eurer Ehre gereichen. Solche Sachen. Oder bei der Macht von Bendu. Und Bendu, das ist so ein Ding, das kommt erst mittlerweile später in den Star Wars-Kanon. Und ich kenne ihn zum Beispiel durch die Star Wars Rebels Serie, da war das so eine Art Machtgeist, der versucht hat, die Ballons in der Macht zu halten. Das Ding war schon so dermaßen überfrachtet, dass einige Sachen, einige Entwicklungen, auch auf die Sequels, auf die Serien später ausgelagert wurden. Und er ist die meiste Zeit des Comics gar nicht zu sehen. Und die sagen dann die ganze Zeit ja nur, er ist beim Raumhafen von Gordon. Und auch ein Chewbacca kommt sehr, sehr viel später ins Bild. Und dann ist er so ein bisschen so eine Mischung aus Affe mit Glubschaugen. Und das Wookie-Volk ist sehr viel brutaler. Du verstehst die auch, du verstehst auch R2-D2. R2-D2 ist sehr sarkastisch, wuchtelt mit den Armen rum. Sogar die Droiden gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Und ja, es ist eben wirklich sehr absurd, was George Lucas da an Inspirationsquellen raushaut. Aber es ist wirklich so interessant zu sehen, was sich verändert dadurch, dass die Figuren anders sind. Also zumindest die Stimmung ändert sich. Story-technisch ist erstaunlicherweise so gar nichts verändert. Der Sternenzerstörer muss zerstört werden. Das ist alles nur einen ziemlichen Schnelldurchlauf. Es atmet nicht so wirklich. Es macht einfach Spaß, das in dieser Rohfassung zu sehen. Und wie viel sich verändert hat, wie viel trotzdem beibehalten wurde und wie viel später zu sehen war. Und es ist definitiv eine sehr, sehr interessante Ergänzung. Es hat mir sogar ein Stück weit besser gefallen als Star Wars Visions, da er diese durchgeknallte Kreativität merkt. Und da gibt es noch einige weitere Drehbuchentwürfe und Sequels. Also wenn man da googelt, da findet man wirklich einiges anderes. Den Fehler habe ich gemacht und dachte, holy shit, wenn sie das alles als Comic umsetzen würden. Ich würde es kaufen, wenn sie da eine 80er Jahre Hommage machen würden. Ich würde es auch lesen. Es macht einfach auf seiner durchgeknallten Art Spaß. Also definitiv eine ganz andere Erfahrung bei all diesen Star Wars Comics, die ich gelesen habe. Ist er herausgestochen. Und ich weiß, der Breedstorm hat das auch mal besprochen. Deswegen übergebe ich jetzt ihm mal das Wort. Ja, sehr gut. Ich habe das 2014 rezensiert, also auch schriftlich. Und da habe ich als Fazit geschrieben, dass Star Wars, die Urfassung, ist keine alternative Version von Star Wars, in der kleine Dinge geändert wurden, sondern eine komplett andere Geschichte. Die Namen und an gewisse Konstellationen sind zwar gleich, die Geschichte geht aber in eine andere Richtung. Für die Figuren wurden teilweise Skizzen aus den 70ern verwendet, vieles musste aber komplett neu designt werden. Und dann habe ich das näher ausgeführt, dass sie sich schon an den Filmdesigns orientiert haben, aber die so weit verfremdet haben, dass du die gemeinsame Quelle zwar erkennst, aber dass es nicht das Gleiche ist. Für den erfahrenen Fan von Star Wars ist die Geschichte ein interessanter Einblick in Lucas' Gedankenwelt, denn die Urfassung war bislang nur unbebildert existent. Also es ist halt wirklich nichts, was du jemanden, der frisch bei Star Wars ist oder sich wenig auskennt, in die Hand drücken möchtest. Vor allem, du wirst auch wirklich mit diesen Eindrücken erschlagen. Du merkst auch, dass sie da so ein zotes Dune draus machen wollten. Hier sind deutlich mehr Familienintrigen noch enthalten. Und die sagen dann, ja, Han Solo, Sohn von irgendwas. Und das fühlen sie auch immer wieder auf. Ja, Sohn von Bendu, Sohn von was weiß ich. Auch da merkst du, die haben da schon eine deutlich üblere Familienhistorie gehabt. Und zwar nicht so klein und in Zestu, wie dann Star Wars mittlerweile geworden ist über die Jahrzehnte. Wie ist es denn grafisch umgesetzt? Es ist ja jetzt eine Drehbuchfassung, die als Comic umgesetzt wurde, weil sie natürlich als Film entsprechend nicht existiert. Also irgendwer hat sich da mal gedacht, wir nehmen jetzt mal so eine frühere Version, weil wir hatten ja schon mal was davon gehört. Und auch in den Romanausgaben gibt es ja so in der Präambel auch so Begriffe. Journal of the Wills und auch solche Sachen werden da erwähnt, die dann in den Filmen nicht auftauchen, aber eben aus dem Drehbuch in die Romane gewandert sind. Aber gerade die Filme ist natürlich sehr, sehr visuell. Und die Polizei hat schon ein bisschen gesagt, designmäßig ist es teilweise auch an die Filme angelehnt. Aber sieht es denn auch gut aus? Ist es gut visuell erzählt? Ist es gut gezeichnet? Wie ist es damit? Es ist ziemlich gut gezeichnet dafür, dass es ein erstes Drehbuch war. Sieht es schon sehr malerisch, sehr hochwertig aus. Deutlich besser, als es sein dürfte. Und auch das Lichtschwert hat hier keine große tragende Rolle. Sogar die Stormtrooper und gefühlt die Klankinder laufen hier mit Lichtschwertern rum. Es ist ein bisschen malerisch auch. Die Gesichter sind sehr, sehr realistisch gehalten. Teilweise merkst du schon, dass sie sich an den Filmen orientiert haben. C3PO sieht für mich aus wie der Roboter aus diesem alten Metropolis-Film zum Beispiel. Also du merkst auch optisch, an welchen Filmen die sich orientiert haben. Sieht deutlich hochwertiger aus, als es sein dürfte für so ein erstes Drehbuch-Skript. Andi, kennst du den? Hast du den schon mal gesehen oder interessierst du dich dafür? Ich weiß, dass Star Wars diese Geschichte hat und dass es diese Urfassung gibt. Den Comics selbst kenne ich nicht. Ich kenne aber so ganz grob die Unterschiede und finde es auch grundsätzlich spannend. Und unterstreicht ja letztlich eigentlich, dass George Lucas und seine Idee von Star Wars immer schon im Fluss war. Dass nur weil der Film jetzt fertig abgedreht und in 20 Versionen für das Heimkino vorliegt, er eigentlich noch lange nicht abgeschlossen ist. Weil die Idee an Star Wars und die Geschichte selbst scheinbar in seinem Gehirn selbst immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, fluide ist. Und genau das ist hier schon, wenn man so will, der Anfang. Genau dieses Gedankenwirrwars oder Filmwirrwars. Kurzum, es ist ein großes Epos. Es ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten und wahrscheinlich wichtigsten Science-Fiction-Universen, die es gibt. Und das hier verleiht dem Ganzen so eigentlich eine ganz nette Facette. Ist ja ein Stück weit eine What-If- oder Elseworld-Geschichte zu Star Wars. Ich finde es tendenziell interessant, auch wenn ich jetzt nicht gehört habe, dass es jetzt besonders gut sein soll. Mich hat es recht gut unterhalten. Ob es originell ist, muss dann jeder für sich entscheiden. Für mich ist es eben aus diesen vielen Star Wars Comics doch angenehm herausgestochen. Ich war dankbar, dass ihr dafür gevotet habt, dass ich das nochmal besprechen konnte, durfte. Weil ich es eigentlich erst nicht besprechen wollte, was ich in Breedstorm schon vor Jahren besprochen habe. Und dann dachte ich, ja okay, jetzt habt ihr es gewählt. Jetzt machen wir eben ein Upgrade davon oder eben meine Version davon. Kann ich auch sehr gut mitleben. Aber es ist ja auch ein Innovationsblumentopfgewinn oder was auch immer. Ja, ich finde es ist halt auch ein Band, den man ruhig auch zehn Jahre später oder so ruhig mal vorstellen kann. Weil das ja sowas Essentielles ist. Also es ist jetzt nicht irgendeine Star Wars Geschichte, sondern die Rohfassung bebildert. Und somit eigentlich, ob das einem gefällt oder nicht, ist das ein Klassiker. Zumindest für Star Wars Fans. Das ist wahrscheinlich eher ein historisches Artefakt eben für Menschen, die sich intensiver mit Star Wars auch beschäftigen. Also ich fand es auf jeden Fall auch eine spannende Sache, als das damals angekündigt wurde. Diese frühere Drehbuchfassung eben als Comic zu veröffentlichen. Warum nicht? Also ich habe es selber nicht gelesen. Ich glaube, ich habe es sogar mal verschenkt. Also ich hatte es auf jeden Fall schon ein paar Mal in der Hand und habe es schon reingeblättert. Also gelesen habe ich es nicht. Aber an sich finde ich es ganz cool, dass das so existiert. Okay, dann gehen wir mal weiter und der Breedstorm erzählt uns was. Der Breedstorm erzählt was von der Serie Outcast. Und wie es so üblich ist, habe ich den ersten Band einfach mal schön gebreedstormt. Und habe dann festgestellt, dass das noch beim zweiten Band geht. Und dachte, okay, dann lese ich jetzt erst mal rein, bevor ich das jetzt weiter versuche zu verfolgen. Warum habe ich mir den geholt? Weil die nämlich von Robert Kirkman ist. Zusammen mit dem Zeichner, wie schreibt man, Azaceta. Und das Ganze hat 2014 begonnen und 2021 geendet. Kirkman ist ja sehr bekannt durch nette Sachen wie The Walking Dead, Invincible. The Walking Dead. Das wäre auch was. Und deswegen habe ich da immer ein Herz dafür und habe da einfach mal reingelesen. Und zwar erzählt uns der Herr Kirkman die Geschichte von Kyle Barnes. Das ist ein Mensch mit einer besonderen Fähigkeit, der in einem kleinen Ort wohnt, wo auch Teile von seiner Familie leben, wo aber auch viele andere Menschen leben. Es gibt nur ein Problem in dem Ort und drumherum sind verschiedene Leute besessen. Und der gute Kyle hat die Fähigkeit, da was gegen zu machen, obwohl er eigentlich nicht besonders gläubig ist. Also diese Verbindung, dass das vielleicht nur ein Priester kann oder sowas, die ist in diesem Band nicht da. Das Ganze liegt so ein bisschen dran, dass in seiner Familiengeschichte das Thema Besessenheit auch schon so ein bisschen, tja, irgendwie vorhanden war. Und ich sag mal, wer den Film Der Exorzist gesehen hat, der kann sich so ein bisschen in die Stimmung reindenken von der Besessenheit, wie Kirkman sie hier in diesem Band schildert. Und ich möchte nicht so viel zu der weiteren Handlung beschreiben, weil, wie es bei Kirkman üblich, macht er sich von Heft zu Heft, baut er den nächsten Cliffhanger ein. Und verschiedene Sachen werden schon relativ früh in die Handlung eingebunden. Nur so viel, es geht dann darum, dass Kyle zusammen mit einem Kirchenmann gegen verschiedene besessene Menschen dort antreten muss. Und dass es ein schwieriger, ein recht langer Kampf wird, um genau zu sein, ein Kampf, der 48 Heft lang geht. Denn das ist eine von den Serien, oder es ist die Serie von Kirkman, bei der er als Einziger gesagt hat, dass er, als er das Heft eins geschrieben hat, schon wusste, wie das Ende aussehen würde. Und das ist ja bei Kirkman so eine Sache. Wir haben gesehen, wie er bei The Walkman in The Walking Dead einfach mal das immer wieder herausgezögert hat, da ein vernünftiges Ende zu schreiben. Dass er sich wiederholt hat, dass er einfach Geplänkel gebracht hat, Heft lang. Und ja, so ein bisschen, muss ich sagen, hatte ich hier auch das Gefühl, dass man das Ganze vielleicht auch auf 32 Hefte hätte runterbrechen können. Aber insgesamt bin ich mit dem Flow, den die Serie hat, sehr zufrieden, weil, wie gesagt, er braucht nicht eine dreistellige Anzahl von Heften, um das Ding rumzubringen. Deswegen ist das Ganze in, glaube ich, acht Bänden bei CrossCult erschienen, die man sehr schlecht breedstormen kann. Also, die muss ich alle neu kaufen. Was ist da los, wirklich? Verkauft mal wieder eure Comics, ehrlich. Und es macht Spaß, wenn man sich auf eine sehr, sehr dunkle, düstere Storyline einlassen kann. Gerade vielleicht, wenn man den Exorzisten mag, dann kann man dazu deutlich zuschlagen. Der Paul Azaceta macht solide Zeichnungen. Es ist mir manchmal ein bisschen einfach koloriert, aber ich denke dann so, ja, okay, The Walking Dead war gar nicht koloriert, ging auch. Und dann ist das hier im Prinzip so eine Art Upgrade. Das Ganze hat er mit Sicherheit auch im Hinblick darauf geschrieben, dass ihm schon klar war, dass sein Kram gerne mal verfilmt wird. Und es gibt auch zwei Staffeln von Verfilmungen. Ich glaube, es ist nicht abgeschlossen. Ich habe das Ganze auch nicht gesehen. Also, ich kann dazu sagen... Das hatten wir auf das Ende, ja. Hatten wir auf jeden Fall, ne? Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, also der Band dann hier jetzt nicht oder die Bände, die hier nicht. Aber wer sowas Düsteres mag, dem schlage ich auch vor, dass er da mal reinliest, ob das jetzt eine Leseprobe ist, ob das jetzt Band 1 ist, das sei mal dahingestellt. Hat das jemand von euch gelesen? Also ich habe das erste US-Paperback damals gelesen, als das rauskam. Ich mochte es eigentlich recht gerne, aber aus Gründen, wie so häufig, bin ich dann nicht dabei geblieben. Habe dann über den ersten Band nicht hinaus gelesen. Aber an sich fand ich es echt cool. Also mir hat es auch zeichnerisch sehr gut gefallen. Also ich mochte das Ziel von Paul Assessierter sehr gerne. Und das, was du ja eben auch so als einfache Kolorierung beschrieben hast, das ist das, was mir auch sehr zugesagt hat. Dass es sehr, ja, monoton klingt, so negativ. Aber ich fand es sehr, sehr, sehr stimmungsvoll eben in dieser einfachen Farbgebung auch. Und ja, aber wie gesagt, nur den ersten Band gelesen und das ist jetzt auch schon echt Jahre her. Ja, aber freut mich zu hören von dir, dass es sich anscheinend auch über die ganze Serie hinweg gut lesen lässt. Sonst noch mehr gelesen? Bei mir ist es so, ich habe den digital hier. Das ist einer von diesen ungefähr 5000 digitalen Comics auf meiner Sammlung, die alle mal gelesen werden wollen. Und ich scrolle gerade so durch. Und es ist gut aus. Ich würde ihn gerne lesen. Kirkbein verspricht ja auch einiges. Auch wenn ich nicht alles so großartig finde, was er gemacht hat, aber hier würde ich mal reinschauen. Ich habe es natürlich auch gelesen bis Band 4 oder 5. Ich würde die Farbgebung fast schon als trostlos unterstreichen. Kai merkt ja, dass hier wirklich einige besessen sind. Das fand ich einen coolen Aspekt, dass er hier teilweise völlig unvorbereitet, unerwartet, denn teilweise auch von Besessenen angegriffen wird. Also, dass quasi hinter jedem Dorfbewohner eine besessene Person stecken könnte. Den Aspekt fand ich sehr schön. Hoffnungslos und atmosphärisch. Das hat mir richtig gut gefallen. Das haben sie auch in der Serie ein Stück weit gut transportiert, bis sich die so ein bisschen verloren hat. Ja, er hat da ein paar Ausgaben vielleicht zu viel gemacht. Aber vergleich das mal mit The Walking Dead oder Invincible. Walking Dead hatte 193 Hefte im Vergleich dazu. Und Invincible, da bin ich jetzt bei Compendium 11. Es waren auch nicht gerade wenige. Im Vergleich dazu hat sich der Kirkman hier in seiner Epicness ein bisschen zurückgeschraubt. Weil Horror sich eben selten episch ausdehnen lässt. Auch wenn es viele Franchises wirklich versuchen. Und ich kann das auch so ein bisschen vergleichen mit Evil Dead, wenn da die Besessenen attackieren. So ein bisschen in die Richtung geht es auch. Nur in weniger abgedreht, in weniger Slapstick und Gegröße. War wirklich schön atmosphärisch. Und ein düsterer kleiner Horror-Geheimtipp, den man mal anlesen kann. Also für Horror-Fans von uns allen, die es jetzt zumindest gelesen haben oder Teile gelesen haben, eine Empfehlung Outgast. Und das, Breedstorm, du sagtest, du konntest die weiteren Bänden nicht Breedstormen. Aber man kriegt sie also offensichtlich noch. Ich weiß nicht, wann der letzte Band in Deutschland erschienen ist. An sich ist diese Reihe ja schon ein bisschen älter. Manchmal verschwindet sowas dann ja auch mal wieder aus dem Verlagsprogramm. Aber die gibt es offensichtlich noch. Verstehe ich das richtig? Richtig, die kannst du ganz normal bestellen. Ja, ist klar. Cool. Dann sage ich mal, Andi, mach doch mal weiter. Andi, mach mal weiter mit dem Comic Narren von Jason Lutz. Ich habe mir vor kurzem hier Berlin vorgestellt. Das war so ein Comic, der mich wirklich beeindruckt hat. Und deswegen galt der und gilt der ein Stück weit auch als Klassiker. Nun hatte ich richtig Bock auf das, was der Jason noch so gemacht hat. Und da fiel mir Narren in die Hände. Das habe ich mir auch gebraucht gekauft. Ich glaube auch für gar nicht viel Geld. Den gibt es auch meines Wissens gerade nicht. Vernünftig bei Carlson, wo der ursprünglich erschienen ist, zu kaufen. Und das, obwohl es mindestens zwei verschiedene deutschsprachige Cover-Ausgaben gibt. Das Cover, das ihr jetzt sehen werdet hier gerade in eurem Podcatcher, ist nicht das, was ich gelesen habe. Ich sage mal so, meine hat 29, mach 90 gekostet. Ist schon ein bisschen was her. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterhin Jason Lutz lesen. Mir hat der Adrian von Bauer nämlich noch den Houdini versprochen quasi. Der auch mal irgendwo auf Deutsch kam. Ich werde ihn jetzt auf Englisch lesen. Auch da freue ich mich sehr drauf. Denn genau genommen könnte Houdini, also der quasi noch anstehende Band, eine Art Vorgängerband zu Narren sein. Ist er aber nicht. Sind ganz andere Leute. Und trotzdem gibt es Parallelen. In der Inhaltsangabe steht drin, die werde ich mal kurz vorlesen, hoffentlich ruckelt es jetzt nicht zu sehr und es klingt voll geschmeidig. Heimgesucht von einer Erinnerung an den Tod seines Bruders, an eine gescheiterte Beziehung, setzt der abgetakelte Bühnenmagier Ernie Weiss all seine Hoffnung auf seinen alternden Mentor Alf Volosso. Doch Al wird von Tag zu Tag seniler. Derweil versucht auch Ernies Ex-Freundin Esther mit ihrem Leben klar zu kommen. Und ein kleiner Betrüger namens Nathan Lander schmiedet Pläne, die ebenfalls Ernies Zukunft beeinflussen sollen. Das Ganze spielt irgendwie auch wieder in einer, in dem Fall dann relativ modernen, zeitgemäßen Stadt. Also wir sehen auch mal modernere Einrichtungen. Wir sehen Leute auch telefonieren. Ich glaube, hier spielt auch was in einem Coffeeshop. Einer davon trägt einen Hoodie. Also das könnte irgendwas, das könnten 80er, 90er, vielleicht sogar 2000er werden es nicht sein. Da ist das Ding wohl schon erschienen. Also so von der zeitlichen Einordnung sehr viel genauer kann ich gar nicht sagen. Und wir lernen hier diese bereits genannten Figuren alle so ein bisschen kennen. Im Mittelpunkt steht dieser, ja die haben es jetzt hier abgetakelte Bühnenmagier Ernie Weiss genannt. Letztlich ist es einfach so ein Typ, der hat seinen Wuder verloren, kommt seitdem nicht ganz mit dem Leben klar und ist so als Kleinkünstler unterwegs. Eher schlecht als recht und am Ende landet er in der Gosse. Diese ganzen Leute, die hier in der Inhaltsangabe drinstehen, haben auch relativ großen Anteil an seinem dann Leben, was dort so hier stattfindet. Auch in dem, was wir in diesem Comic so sehen. Das ganze Ding hat 142 Seiten. Und eigentlich will ich das hier kurz fassen. Das ist nicht ganz eine Ergänzung zu Berlin. Ich finde, es erreichte noch nicht ganz die tiefe und erzählerische Stärke, die Berlin dann später hat. Aber trotzdem schafft es der Jason, uns hier verschiedene Figuren vorzustellen. Das ist ein Stück weit eine Milieustudie und wir sehen letztlich Leuten dabei zu, dass sie nicht ganz klar kommen mit sich und der Welt und der Gesellschaft. Und am Ende gibt es für mindestens zwei dieser Figuren dann vielleicht doch so eine Art Hoffnungsschimmer. Welche das sind und warum, das kriegt er am besten selbst raus. Auch hier schafft er es, zumindest an einer Stelle wieder der Jason, die Besonderheiten des Mediums Comic zu nutzen, indem er hier eine, wenn man so will, Fernsehserie. Unser Protagonist schaut was in einem alten Verröhrenmonitor, dreht was auf, der Empfang ist schlecht. Und deswegen werden die Panels, die hier im Regelfall dann auch 3x4 Panels pro Seite auftauchen, werden dann so gestrichelt. Also wie bei Röhrenfernsehern halt so früher so war, da war dieser Zeilenaufbau von Röhrenmonitoren und das ist hier was, das kommt dann mal ganz so als Idee mal mit durch und verliert sich dann aber auch ganz schnell. Ist einfach mal so ein netter Aspekt, so eine Facette. Ja, man hat das Ding schnell durch, es macht Spaß, es kommt letztlich von der Qualität des Artworks schon sehr nah, auch an das, was dann auch bei Berlin später drin ist. Die Figuren wachsen einem jetzt nicht unbegrenzt ans Herz, denn letztlich sind alle, nun ja, auch nicht nur sympathisch. Und da sind dann eben, ja ich hab's nicht ohne Grund Milieustudie genannt, da sind halt Betrüger dabei, da sind Leute dabei, die versuchen irgendwie durchs Leben zu kommen und denen ist dabei jedes Mittel recht. Aber so die letzte finale Grenze, die hat dann doch keiner von denen hier letztlich überschritten. Ein Comic, den ich allen Hörenden empfehlen möchte, wenn sie auch Berlin gut fanden. Hat den zufällig einer von euch gelesen, nach und von Jason Lutz? Ich vermute fast nicht. Nein. Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich hab irgendwann behauptet, dass ich den vielleicht gelesen habe, aber jetzt auch nach deiner Beschreibung bin ich mir nicht sicher, ob ich den wirklich gelesen habe. Also es kam mir jetzt nicht super bekannt vor. Ich bin ziemlich sicher, dass ich wenigstens einen Jason Lutz gelesen habe, außer nur den ersten Band von Berlin. Aber so richtig weiß ich es dann eben doch nicht mehr. Mhm. Ich hab gesagt, ich mach's kurz und schmerzlos. Wo ist es gekommen? Also, dann, ja, wie das so ist. Manchmal, ich hab's gerade schon gesagt, gehen Comics eben auch aus dem Verlagsprogramm raus, sind nicht immer ständig in Druck. Und so mach ich auch weiter mit einem Comic, von dem ich heute oder gestern auch festgestellt habe, dass der Verlags vergriffen ist. Und zwar Running Girl von Yi Lo, auch bekannt als Yinfinity in Internetkreisen. Der Comic ist bei Reprodukt erschienen und zwar im Jahr 2016. Ich habe ihn mir aus der Stadtbücherei ausgeliehen, deswegen war es mir eben auch gar nicht so bewusst, dass der momentan nicht mehr zu haben ist, bis ich dann eben ein bisschen recherchiert habe. Ähm, ein wunderbarer, ja, ein wunderbarer, kleiner Comic, hat so circa 30 Seiten, ähm, ist so das, das, das Druckdebüt, glaube ich, von, von Yi Lo. Und geht um eine junge Dame, ähm, die aus China nach Deutschland gekommen ist, in Deutschland studiert, ähm, in einem asiatischen Restaurant nebenbei arbeitet. Ihr Freund ist noch in China, ähm, sie kämpft mit Sprachproblemen, also sie, sie lernt Deutsch, aber stellt dann eben fest, auch wenn sie in ihrem Deutschkurs in China die Klassenbeste war, dass sie dann in Deutschland selbst dann eben doch an gewisse Hürden stößt und an gewisse Grenzen kommt und, äh, Kommunikation nicht immer super einfach ist, beziehungsweise dann eben auch gerade was so Uni-Arbeiten angeht, ähm, das teilweise ein bisschen schwierig ist. Die Arbeit in dem Restaurant macht ihr Spaß, aber auch da gibt es natürlich Stresssituationen und gewisse Erwartungen auch von der Restaurantleitung an sie und an ihre Leistung. Und gleichzeitig hat sie eben diese Fernbeziehung mit ihrem Freund, ähm, natürlich mit einer entsprechenden Zeitverschiebung auch, also auch hier die Kommunikation, wenn man sich dann so Skype-Dates verabredet, nicht immer ganz leicht, ähm, und so eine Langzeit, ähm, ähm, äh, ich hab's doch gerade selber noch gesagt, äh, Fernbeziehung, das wollte ich sagen, Fernbeziehung aufrecht zu erhalten eben auch, äh, nicht ganz leicht. Also um all so diese, ähm, Problemchen, ähm, einer, einer jungen Dame, äh, dreht es sich hier, ähm, wie sie ihr Leben meistert mit, mit all diesen Situationen und was sich dann eben so auch an verschiedenen, ähm, Erlebnissen ergibt im, im Restaurant, im Studium und eben auch mit anderen, äh, Menschen und beziehungstechnisch. Das Ganze ist, äh, in Farbe, ich würde mal sagen, es sieht so nach, nach Wasserfarbe aus, in Wasserfarbe, ähm, gezeichnet, also mir gefällt's grafisch sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch so ein Band, den ich eigentlich wahrscheinlich seit der rausgekommen ist, immer so irgendwie auch mal, immer wieder mal gesehen hab und immer wieder im Auge hatte und immer dachte, ja, irgendwann, irgendwann lese ich den mal und dann eben auch in der Bücherei immer wieder hab stehen sehen, dachte mir, ja, irgendwann lese ich den mal. Und dann hab ich's eben mal getan und, äh, bin sehr froh drum, also ich hab den wirklich sehr genossen, man liest ihn natürlich relativ schnell mit seinen 30 Seiten, das ist kein sehr, sehr großer, kein, kein langer Band, aber es, also ich hab, als ich ihn das erste Mal gelesen hab, war ich so aus der Bücherei raus, bin ich in einen Café gegangen und da hab ich den dann direkt einfach gleich so neben meinem Café nebenbei so mitgelesen und festgestellt, den find ich gut, den stell ich vor. Also wenn ihr irgendwie an Running Girl mal noch rankommt, sei es jetzt irgendwie Second Hand oder euer Buch, Handlung, hat den vielleicht noch irgendwie rumstehen oder es gibt ihn in eurer Bücherei, dann, äh, würde ich empfehlen, den mal anzugucken. Also ich mag den gerne und würde mir wünschen, dass es von Yiluo noch weitere Werke so in diesem Stil geben wird. Ich bin gespannt. Wie immer die Frage in die Runde, äh, Andi, du kennst ja auch irgendwie so jeden, äh, in der deutschen Comicszene, hattest du mit Infinity irgendwie schon mal zu tun und kennst du diesen Comic? Also ich bin tatsächlich gerade dabei zu googeln, ob ich die nicht bei einer der ersten Interview, Marathon-Geschichten am Start hatte. Also nicht persönlich, wenn, dann saßt die mal in so einer Dings drin, in so einer Infinity, ne? Also ich folge dir auf jeden Fall auf Facebook, nicht ohne Grund. Also die hat die, also wenn, dann hatte ich die in so einer Artist Alley mal am Start und, ähm, das muss dann aber noch vor ihrer Verlagsveröffentlichung gewesen sein. Wann ist denn der erschienen ungefähr? Ja, 2016 kam der. Ja, war gut, na gut, da hab ich ja erst angefangen, na mit dem Spaß. Also, ähm, ich kenne sie, ich kenne das Werk nicht und das ist ungewöhnlich, weil dann, also ich hätte es wahrscheinlich gekauft zum damaligen Zeitpunkt. Äh, ich find's interessant, ich würde reingucken, 30 Seiten ist ja auch sowas, ne? Also da denkt man jetzt auch im Regelfall nicht zweimal drüber nach. Schade, dass es das nicht mehr gibt oder dass man da so einfach nicht rankommt. Das ist ja nun auch in einem Alter, wo die das vermutlich auch nicht mehr, auch keinen privaten Vorrat mehr hat, so in dem Sinne. Ja, weißt du, ob danach nochmal was von ihr kam? Also, ähm, auf der Website gibt's irgendwie Sachen, also ich, ich, ich hab jetzt nicht irgendwie noch eine weitere so Verlagsveröffentlichung gefunden. Ähm, und bei anderen Sachen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt alles nur Online-Sachen waren oder ob es da vielleicht mal irgendwelche Mini-Comics gab oder so. Also, ich kann's nicht hundertprozentig beantworten. Also, meine, meine kürzeste Recherche, ähm, man, man kriegt den schon halt irgendwie so, ähm, sei es eben, wie gesagt, über, über Secondhand-Händler oder sowas. Ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt nicht an den rankommen würde. Ich kann jetzt preislich nicht wirklich was dazu sagen. Original hat ja mal 10 Euro gekostet. Ähm, also, wer ihn wirklich will, kriegt den, glaube ich, schon zu einem halbwegs anständigen Preis, aber er ist halt einfach nicht mehr regulär zu haben, zumindest. Ja, also, die Website ist schon toll. Guck mal rein. Da gibt's, ich glaub, die, die würde ich mir auch sehr gut vorstellen können hier bei, keine Ahnung, der, der Invasion oder so, da passt die auch super rein. Wenn die da nicht, wahrscheinlich auch schon tausendmal war, keine Ahnung. Ich glaub, die ist nicht in Berlin. Gut. Und die Invasion ist ja eine Berliner Veranstaltung für Berliner Leute. Aber ich glaub nicht mehr ganz, sind die da noch so straight, also so straff, dass sie ja, ist oft Berlin begrenzt oder? Ich hab jetzt nicht bei jedem nachgefragt, ob die in Berlin wohnen, also, so 100 Prozent, die weiß ich das auch nicht. Ich dachte, die sind so international. Verstehe, cool. Ja. Patrick Breedstrom, habt ihr davon schon mal gehört, kennt ihr das? Negativ. Also, ich informiere mich auch sehr gerne über deutsche Comicveröffentlichungen. Würde ich den jetzt im Kiosk oder im Comicshop finden, ich würde es definitiv lesen. Und gerade auch, weil es so ein kurzer Comic ist, den kann man zwischenzeitlich sehr gut wegsnacken. Ich würde es sofort machen. Gibt es gebraucht, sehe ich. Ja, ist nicht unmöglich. Ja. Cool. Dann sind wir einmal mit der Runde rum und fangen wieder von vorne an. Patrick, mach doch gleich mal weiter mit deinem nächsten Comic. Also, vor ein paar Monaten hab ich das Haus am See Band 1 vorgestellt und meinte, ja, es ist eigentlich noch zu kurz da ein Fazit zu ziehen. Ich will die Geschichte nochmal bewerten, wenn sie komplett vorliegt. Jetzt liegt Band 2 vor. Und Achtung, Mini-Spoiler, am Ende des Bandes steht der Quetta Ende von Zyklus 1. Also, der kleine Dämpfer, ja, es wird noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich mich da freuen soll oder ob ich sagen kann, jetzt wird es verwässert. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal wieder trotzdem am Ball bleiben müssen. Band 2 setzt eben direkt an der Handlung von Band 1 an. Die Leute sitzen immer noch auf der Insel fest. Und Walter, der Typ, der Gastgeber von dieser Insel, rückt hier mehr in den Fokus. Also, man erfährt hier deutlich mehr über ihn. Er ist ein sehr ambivalenter Charakter. Man hasst ihn jetzt nicht unbedingt. Ein Stück weit versteht man seine Motivation. Ich muss mich da wirklich ein bisschen kryptisch halten, weil jede Info zu viel könnte schon fast was spoilern. Dadurch geraten für mich die anderen Charaktere eben so ein Stück weit in den Hintergrund. Und auch mit den Mysterien, wenn sie noch vorhanden sind, die rücken so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Er hat hier das Spielerische von Band 1 gefehlt, dass die Insel erkundet wird. Das ist hier deutlich mehr zu einem Kammerspiel geworden, wo es dann um Misstrauen geht. Wo man dann nicht weiß, kannst du auch deinem Freund oder deiner Freundin noch irgendwie vertrauen. Ist die vielleicht schon korrumpiert? Es werden hier noch so ein paar Mysterien mehr aufgerissen. Also, ich hoffe, James Tignon, der vierte, weiß, was er hier macht. Und wenn er hier wirklich einen großen Bogen schlagen kann, werde ich hier wieder vor das Mikro treten und sagen, ja, okay, ich war vielleicht ein bisschen zu voreilig. So hat das für mich in diesem, wir ziehen es jetzt noch ein bisschen mehr auf, fast schon so einen Lost-artigen Charakter, nur eben in Kammerspielform. Aber ich kann es trotzdem noch empfehlen, es hat sich sehr gut weggelesen, bei all diesen Cross-Kide-Horror-Titeln, da mal einen zu finden, der nicht die trashige Ebene bespaßt, sondern Kammerspielartigen Psychohorror hat. Das ist auch ein Herausstellungsmerkmal. Und James Tignon, der vierte, hat bisher meistens sehr, sehr gute bis, ja, zumindest gute Storys geschrieben, die mich entertaint haben. Abwarten, was die Zukunft bringt und ob er sich in seinem Mysterium nicht jetzt verstricken wird. Du hast gerade Cross-Kide-Horror irgendwas gesagt, du meinst Panini, ne? Ja. Gut, ja, wir haben gedacht, ersten Band hatte Patrick schon mal besprochen, kann man nochmal reinhören. Unser Hörer Sven hat mir auch für den Tipp bei der Fernstaltung, also bei der Lux of Fantastic, hat er mir dafür gedankt, weil er war recht angetan davon und hat ihn deswegen auch gelesen. Der Sven, ja? Erzähl mal vom Sven. Du hast doch bestimmt mit dem Sven da noch drüber unterhalten, über generell die Cookie. Was sagt denn der so? Vielleicht sollten wir den Sven einfach mal namentlich mehrfach droppen, damit wir noch mehr Leute finden, die uns anquatschen oder uns Feedback geben oder so. Ich finde das voll gut. Ja, also ich saß da hinten beim Gordon und auf einmal zeigte er so auf mich, die Stimme kenne ich, wer bist du? Habe ich erst mal so ganz trocken gemeint, ja, ich bin das Arschloch im Hintergrund. Hat er gemeint, nee, 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 Tele-Stammtisch, oder? Du bist schon Promi, mach dir nichts vor. Und dann hat er dich aber bestimmt auf ein Bier eingeladen, oder? Das war nicht der Veranstalter Sven, sondern ein anderer Sven. Reusper, Reusper. Das war ein lustiger Hinweis, was man machen kann, wenn man uns trifft. Hast du Sticker dabei gehabt? Gordon hat zumindest Dinger vom Comic-Stammtisch Frankfurt verteilt. Ich hatte keine Sticker dabei. Gib mir da, was denn? Werden wir das auf den nächsten Veranstaltungen wieder verteilen? Alles klar. Sven, nächstes Jahr, Benzheim, see you there. Ja, unbedingt. Oder eben, vorher in München. Ja, stimmt. Das können wir auch mal droppen. Wir sind, wenn alles klappt, alle vier in München beim Comic-Festival, ne, Jungs? Wenn alles klappt, sind wir alle vier in München anzutreffen. Zumindest an manchen Tagen. Und Sven wollte da anscheinend auch hin. Ja, toll. Ja. Wir müssen uns noch irgendwas überlegen, dass wir uns erkenntlich machen. Wir machen uns alle Mützen oder so. Wir sind doch alle Mützenträger. Wir finden noch was. Ja, verteil Comic-Cookies, Kappen oder Tele-Stammtisch. Verteil Kappen oder Tele-Stammtisch? 40 Euro. Nein, ich meine nicht, dass wir vier in diesen Kappen einheitlich rumlaufen. Ja, ja. Okay, alles klar. Nein, verteil Kappen. Nein, nein, nein. Dass wir alle einheitlich in diesen Kappen rumlaufen. Klasse. Machen wir so. Wow, neue Brainstorming, neue Ideen. Schickt uns gerne Nachrichten, wie ihr uns gerne sehen wollen würdet, dass ihr uns doch wiedererkennt. Ein Filzkostüm. Dann ziehe ich mir ein Filzkostüm bei. Reads doch mal einen bestimmten Onlyfans-Account. Ich überlege mir das nochmal mit München. Ich werde auch noch in Leipzig bei einem Snail-Eye-Festival sein, aber da wahrscheinlich die Klientel erhöht uns wahrscheinlich nicht. Du willst gar nicht mehr werden, sagst du auch. Ich würde mich schon ansprechen lassen, mich spricht nur keiner an, weil mich keiner kennt. Mich mag keiner. Ich habe gesagt kennt, aber danke, dass du das auf den Markt gemacht hast. Mich verhört. Für deine Einschätzung. Naja, na gut, dann machen wir mal weiter hier für heute. Also ja, wie gesagt, Andi, vielleicht verlinkst du irgendwie die vorherige Folge nochmal in den Shownotes, wo Patrick schon mal über den ersten Band gesprochen hat. Dann kann man da nochmal ein bisschen reinhören, wenn man daran interessiert ist. Und auch die Breedstorm-Folge von The Star Wars, würde ich sagen. Jo, da muss ich ein bisschen gucken, wo die ist, aber die finden wir ja garantiert. War das nicht eh nur schriftlich? Stimmt. Umso besser. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, Breedstorm, mach doch mal weiter. Ja, vom Brainstorm zum Breedstorm. Sehr gute Überleitung, vielen Dank. Ich habe auch den zweiten Band ein bisschen aus nostalgischen Gründen mir irgendwann mal geholt, weil Greg Thompson mich, also zu den Autoren und Zeichnern auch, also er ist einer von denen, die mich rausgeholt haben, so aus der Superheldenblase, wo ich, als ich wieder bei Comics eingestiegen bin, so ein bisschen hängen geblieben bin, sehr, sehr viel Panini-Dino-Krams gelesen, Image-Sachen gelesen und irgendwann im Panini-Forum hat einer gesagt, hier, Leute, Blankets, ist der Shit. Dann habe ich mir das so durchgelesen, so, ja, liebes Ding, coming of age, mit Religion, oh. Ja, habe es mir dann aber doch geholt und, also ich war wirklich zu Tränen wirklich gerührt und das passiert mir relativ selten in meinem Leben, da müssen normalerweise Kinder rausgedrückt werden für sowas und, ähm, also hat mich wirklich, hat mich wirklich, ähm... Wo kommen Kinder wohl raus? Ich erklär es dir im Off nachher. Und, äh, es hat mich wirklich, wirklich stark beeinflusst, dass ich dann doch den Weg in Richtung, ähm, Comics außerhalb von Superhelden gesucht habe und, äh, deswegen hatte ich da immer ein Herz, habe zum Beispiel auch bei Habibi gelesen, das war so, ja, okay. Und 2015 muss dann Weltraumkrümel rausgekommen sein, oder Space Dumplings, wie der Franzose sagt und, ja, den habe ich mir geholt. Hat natürlich noch ein weiteres unschlagbares Argument, nämlich der Kolorist ist Dave Stewart, bekannt zum Beispiel von Hellboy. Weltraumkrümel, wir haben die Geschichte von Violet, einem kleinen Mädchen, das mit ihrem Vater und ihrer Mutter in einer Stadt, in einem Weltraumuniversum wohnt, das von vornherein, muss man sagen, sehr, sehr bunt ist und ihre Mutter arbeitet bei so einem Klamottenhersteller, ihr Vater ist für eine Firma zuständig, die so Weltraummüll sammeln, die aber auch so ein bisschen auf die Jagd gehen nach bestimmten Weltraumwahlen und die sind so eine gewisse Plage, weil deren Code die Lebensqualität von verschiedenen Menschen, die im Weltraum auf ihren Stationen leben, stark beeinflusst. Das Ganze beginnt dann zum Abenteuer zu werden, als der Vater von Violet plötzlich auf einer sehr geheimen Mission verschollen ist und sie dann sich einfach das Raumschiff schnappt und sich auf die Suche nach ihrem Daddy macht. Dabei wird sie unterstützt von verschiedenen, ja, aus menschlicher Sicht Alienwesen, die alle so ein bisschen, ja, eine Mischung, also ich würde sagen, so Mampucho und Chibi in Eimen, dann kann man die Figuren, die in diesem Band die Aliens sind, sehr gut beschreiben. Sehr lustige Figuren, auch das Raumschiffdesign und alles, also ein bisschen süß und niedlich gehalten und wir erleben die Abenteuer von Violet, wie sie auf sehr vielen Seiten wirklich dann sich auf die Suche nach ihrem Vater macht, um ihn wiederzufinden. Das Ganze ist, wie gesagt, ja, richtig opulent gezeichnet, also es hat wirklich so sehr, sehr Wimmelbildcharakter sehr, sehr oft, wenn da Städte, Raumschiffe, Sachen im Weltraum gezeichnet werden. Es sind jede Menge Anspielungen drauf, also gerade Fans von Star Wars, ob im Rottgau oder darüber hinaus, Battlestar Galactica, überall kommen so kleine Anspielungen im Hintergrund, die aber mit der Story jetzt nicht großartig was zu tun haben, aber natürlich für einen Fan immer ganz lustig sind, wenn man sowas zwischendurch findet. Dave Stewart habe ich schon erwähnt, super Farben und ja, es wird als All-Ages-Titel beschrieben, also das kann man getrost wahrscheinlich vielleicht einem 10-, 11-jährigen Kind ruhig auch schon in die Hand geben, das wird seinen Spaß haben. Für mich als Erwachsener, der jetzt nicht so auf dem Funny-Trip ist normalerweise außerhalb von Spiru, hat es mir trotzdem sehr gut gefallen, wenngleich natürlich das Niveau von Blankets für mich nicht erreicht werden konnte, aber das liegt schlichtweg daran, dass es hier halt nicht autobiografisch ist, wie das Blankets halt gewesen ist. Das ist für mich dann ein anderes Genre. Obgleich natürlich Greg Thompson Teile seiner Familie natürlich auch so ein bisschen da rein projiziert hat, also das ist ganz klar. Da gibt es Anleihen an seine Familie. Wir merken das bei verschiedenen Daddys, die mit Comics zu tun haben, dass die sehr gerne und sehr oft auch ihre Kinder mit in ihr Werk einfließen lassen und warum auch nicht. Hier macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und dass er da sich selbst vielleicht so ein bisschen reingemacht hat und seine Tochter auch, das stört in keinster Weise. Etwas, was man wirklich jeden in die Hand drücken kann. Das macht diese Vater-Tochter-Beziehung sogar ein Stück weit authentischer, würde ich sagen. Ja, wobei die natürlich, da er schnell verschwunden ist, jetzt nicht so exzessiv ausgelebt wird. Aber natürlich, die Hintergedanken dazu sind da und auch bei den ganzen Fahrzeugen, die da gezeigt werden, da gibt es immer eine Anspielung. Es gibt auch eine Anspielung auf den harten Brotjob, den er zu erledigen hat. Und ja, da ist schon vieles reingeflossen, aber wie gesagt, im Hintergrund und es ist einfach nur bunt, Space Odyssey und also es macht Spaß. Hat es jemand gelesen? Ich habe ihn sogar zweimal gesehen in Greg Thompson. Einmal als Habibi veröffentlicht hat. Den Band habe ich leider nie geschafft, fertig zu lesen. Bei mir ist da eine gewisse Diskrepanz bei Religion. Da hat es bei mir nicht so gezündet, wie es sollte. Blankets fand ich super. Den fand ich auch super tragisch. Eben weil er da auf Erfahrungen von sich zurückgreift. Es ist ein sehr schöner, tragischer Coming-of-Age-Film, beziehungsweise es ist eine Coming-of-Age-Story. Aber Space Dumplings unterstreicht nicht nur, wie gut Dave Stewart in der Koloration ist. Der hat wirklich einige Comics aufgewertet und hat da einen sehr individuellen Kolorationsstil, der einen Comic schon mal um eine Ebene hochwertet. Ich mochte diese Story wirklich sehr süß, trifft es hier auch. Es geht hier wirklich um mehrere Leute, die quasi jetzt eine neue Patchwork-Familie haben. Man könnte fast schon sagen, es ist so ein kindliches Guardians of the Galaxy, nur mit deutlich weniger traumatisierten Leuten. Auch wenn hier für einen Kinder-Comic sehr, sehr viel auf Alkohol, Glibber und versiffte Settings zurückgegriffen wird. Und das wird wirklich super bei der Koloration unterstrichen. Ich mochte auch die Sidekicks, also die tierischen Sidekicks, die sonst stören könnten. Die sind hier wirklich gelungen in die Story mit eingearbeitet. Und haben auch hier ihr Päckchen zu tragen. Es ist wirklich so eine kleine, schöne, hoffnungsvolle Story, auch wirklich für Kinder. Also, wenn ihr mal eure Kinder in Comics ranbringen wollt, das könnte so ein Startpunkt sein. Falls die auch noch zufällig Star Wars-Fans sind, dann erkennt ihr auch vielleicht was wieder. Gut, dann, den habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ich habe andere Sachen von Craig Thompson auch gelesen. Mag den eigentlich auch recht gerne. Aber ich kenne jetzt auch schon länger nichts Neues mehr von ihm. Ich weiß nicht, Breach, ob du weißt, momentan macht er ja wieder so eine autobiografische Heftreihe. Ich glaube, Ginseng Roots oder so heißt die. Da kommt bestimmt auch irgendwann mal ein Sammelband. Gut, Andi, Simpsons. Ganz genau, ich möchte vorstellen den achten Sonderband der Simpsons Comics. Simpsons Comic A Go Go. Damals noch erschienen bei Dino Comics. Ja, wo habe ich den her? Den habe ich quasi geklaut. Also genau genommen waren wir zum Geburtstag meiner besseren Hälfte in einem Räumchen. Das hatten wir jetzt angemietet mit Menschen. Unter diesem Räumchen standen nicht nur diverse Spiele und Bücher, da stand auch genau dieser Comic. Ich hatte ganz schlimme Rückenschmerzen und konnte leider nicht bei der großen Bauautoführung mit dabei sein. Musste mich also zurückziehen in diesen Raum und habe mich dort auf den Boden gelegt, um dann diesen Comic hier zu lesen. Und ich dachte mir, ey Simpsons, die kennst du noch. Denn das war auch so eine Reihe, die ich als Kind durchaus mal gekauft habe oder habe kaufen lassen viel eher. Das weiß ich nicht mehr so genau, weil das immer ganz nett war. Irgendwann waren die Simpsons noch cool und die habe ich dann im Fernsehen geguckt und da waren dann auch diese Hefte. Die habe ich geschaut und das war dann irgendwie auch nett, nochmal zusätzlich diese Comics zu haben. Ich glaube, inzwischen gibt es die Simpsons Comic in der Form nicht mehr. Die werden nicht mehr produziert, auch insbesondere in Deutschland nicht. Die werden wohl demnächst nochmal bei Splitter in irgendeiner super Sonder-Sammeledition erscheinen oder tun das schon, keine Ahnung. Und vor einigen Jahren sind die halt noch bei Dino erschienen. Ich glaube später auch noch bei Panini, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen. Und mich haben hier viele Sachen positiv überrascht, aber insgesamt auch viele abgeschreckt. Denn das hier sollte eigentlich so ein bisschen Teil dieser Reihe sein an die List Klassiker. Und bei Simpsons Comics, da dachte ich, das müsste doch einer solcher Klassiker sein. Nun ja, hier sind einfach wirklich komplett wild US-Comics abgedruckt. Die sind schon in der richtigen Reihenfolge. Das ist hier US-Simpsons-Comic 31, 33, 35, 36, 37 und irgendwelche super Sondersachen. Radioactive Man irgendwas, Humor on the Range irgendwas. Die haben auch jeweils deutsche Titel, ist aber auch völlig egal. Weil eigentlich ist die Reihenfolge, in der man das liest, total egal. Denn jede einzelne Geschichte ist letztlich eine kleine Folge. Die stehen in keinem Zusammenhang. Du musst nichts großartig wissen. Es ist cool, wenn man sich so ein bisschen im Simpsons-Universum auskennt. Und wer, wie ich, so irgendwann in der Mitte der 2000er aufgehört hat, die zu schauen, der steckt da wahrscheinlich genug drin, um auch das hier zu verstehen. Denn schließlich ist das hier ein Comic aus den 90ern. Ja, wie gesagt, kann sein, dass sie demnächst dann in dieser gemüttelten Fassung auch bei Splitter, glaube ich, erscheinen wird. Hier sind verschiedene Geschichten drin, die sind alle so ein bisschen wirr. Da ist mal so eine Geschichte dabei mit einem Kostümball. Das ist quasi die Entstehungsgeschichte von Radioactive Man. Da ist mal was mit einer Parallelwelt drin, wo ein Wissenschaftler aufgrund eines Experiment eine alternative Realität erschafft. Und da ist auch was drin mit vielen weiteren Sachen. Keine Ahnung. Also, da ist ganz viel Zeug drin. Unter anderem halt, wie gesagt, auch noch eine zweite Radioactive Man-Geschichte. Die ist ganz nett. Und vor allem steckt sie halt voller Anspielungen für Comic-Fans. Da ist beispielsweise das Dark-Night-Cover ist da drin. Also ein Schatten unserer Superhelden. Und im Hintergrund sehen wir dann diesen aufblitzenden Donner. Da ist die Crime-Ally-Szene aus Batman mit drin. Und auch viele weitere Dinge, die Spaß machen. Aber leider aber sicher auch ganz schön vergessenswert sind. Denn es ist ultra kurzweilig. Und gleichzeitig vollgestopft. Denn es ist schon so, dass hier das Ganze weitestgehend sehr unrund auf mich wirkt. Und das Artwork, das wirklich eins zu eins auch so aus der TV-Folge sein könnte. Da kann man nicht viel zu sagen. Ähnlich wie bei Disney gibt es halt diesen fest definierten Strich. So haben Figuren auszusehen. So haben die Proportionen auszusehen. Und da ist dann jetzt wirklich null Überraschung dabei, was das Artwork betrifft. Ist es dann doch... Also wirklich von Panel zu Panel. Teilweise viele Sprechblasen, viel Text, den man auch wirklich bewusst lesen muss. Um dann vielleicht auch den Gag, der sich in einem Halbsatz versteckt, irgendwie mitzubekommen. Auch das, was man so Story nennen könnte. Oder letztlich Zusammenhang, Dialog irgendwie. Das ist dann doch... Also ich musste mich relativ konzentrieren, um das zu lesen. Auch wenn es jetzt nicht Dieb ist oder so. Aber man will eigentlich nichts verpassen, weil es wäre schade drum. Jo. Dann ist es was, das ich auch definitiv als Kind seiner Zeit bezeichnen würde. Hier sind so Witze drin, die einfach... Die haben in den 90ern bestimmt voll Sinn ergeben. Wenn dir keine Ahnung, ein Beispiel von der Bärbel Schäfer-Talkshow irgendwie die Rede ist. Dann ist das natürlich auch schon ins Deutsche lokalisiert, dieser Witz. Das ist im Original ja nicht so in der Form drin gewesen. Aber würde man es heute veröffentlichen, müsste man es wirklich auch konkret als Kind seiner Zeit abstempeln. Oder aber man müsste das Ganze nochmal neu in die Hand nehmen, neu übersetzen. Und dann sind wir auch schon bei was, was mich positiv überrascht hat. Denn hier sind Namen drin, die man kennen könnte. Ihr ist als Redakteur unter anderem der inzwischen bei Panini tätiger Steffen Volkmar auch mit drin. Das ist ganz spannend. Der hat in einer Ausgabe von seinem Magazin Nerdinger, das ihr auf YouTube sehen könnt. Das hat er mit mir aufgezeichnet, so eine Ausgabe bei der Leipziger Buchmesse. Und da erzählt er auch so ein bisschen, da weiß ich gerade nicht, ob das in der Ausgabe oder im Nachgespräch war, wie er damals als betreuender Redakteur auch zuständig war, als dann Matt Grinning zum Beispiel nach Deutschland kam und da Autogramme gegeben hat und unter was für absurden Situationen das gelaufen ist, wie die über Feuerleitern in Frankfurt, was glaube ich, aus dem Karstadt fliehen mussten und so. Ganz cool. Und wie dann jeder Abend, da waren auch zwei, drei Termine, Signiertermine am Tag. Also es ist ganz spannend. Falls es nicht Teil der Nerdinger-Ausgabe sein sollte, dann quatscht ihn mal an. Ich glaube, er erzählt gern von diesen alten, wilden Zeiten. Und dann natürlich auch der Matthias Wieland, der hier regelmäßig als, glaube ich, Übersetzer mit auftaucht in den Storys. Auch den kann man kennen. Der macht zuletzt relativ viel für Carlsen und ist dort ja auch zum Beispiel als Moderator auf den Bühnen dieser Welt für Carlsen unterwegs. Ich habe in diesem Moment auch wirklich exakt alles gesagt, was ich zu den Simpsons-Comics sagen kann. Dieser Band ist leider relativ schlecht gealtert und ich glaube, das trifft ja auch generell für die Simpsons zu. Die gibt es auch seit wann, keine Ahnung, seit den 80ern oder so, bis heute 40 Jahre. Und was man so liest, wie die aktuellen Staffeln sein sollen, ist es jetzt auch nicht mehr so richtig der Burner und kann vermutlich auch mit aktuellen Konkurrenz-Cartoon-Serien nicht mehr mithalten, gerade für ein erwachsenes Publikum. Es gäbe viel zu erzählen, die Comics gibt es nicht mehr und wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Ich brauche kein zweiten Sonderband lesen, auch stehen bei mir keine nostalgischen Gefühle und ich kann diesen Comic hier ruhigen Gewissens wieder in das Restaurant bei dem Bauernhof zurückbringen. Ich brauche ihn nicht in meiner Sammlung. Ich habe ihn aus Versehen einstecken lassen. Er lag da rum, ich habe drin gelesen, wirklich kein Scheiß. Und plötzlich waren wir zu Hause und das Ding war in meiner Tasche. Ich habe ihn da nicht reingepackt, ich schwöre. Er wollte einfach mit dir mitkommen. Ja, er wollte. In diese Ausgabe. Ja, eben. Er ist jetzt zu einem deutschlandweiten Star. geworden dadurch. Quasi. Ja, ich glaube, es ist meiner Meinung nach auch vollkommen legitim, dass es solche Comics gibt, die halt in ihrer Zeit funktionieren, die für so eine Zugfahrt irgendwie am Bahnhof mal mitgenommen werden, um sich einfach die Zeit da zu vertreiben. So in so kleinen Episoden-Häppchen mit ein paar Gags drin und dann aber auch wieder vergessen werden können. Also die man jetzt nicht 20 Jahre später als den großen Klassiker immer noch weiter auflegt und immer weiter verkauft. Also ich finde, sowas darf absolut existieren. Aber klar, wenn man es sich dann mal später wieder anschaut, dann denkt man sich vielleicht nur heute halt nicht mehr. Absolut, ja. Pritzel, hast du damals Simpsons Comics gelesen? Ich habe damals nicht Simpsons Comics gelesen, aber ich habe mir die Stapelweise irgendwann mal nachbestellt. Das einzige Problem, das ich mal hatte, war, dass die Nummer 1 gefehlt hat, die ja wahrscheinlich immer noch relativ teuer ist. Aber bei irgendeiner anderen Comic-Bestellung hat das jemand mal als Gratis-Comic dazu gelegt, was ich sehr, sehr nett fand von demjenigen. Und so bin ich jetzt, was weiß ich, die ersten, keine Ahnung, 70 Ausgaben komplett oder so. Aber hast du auch gelesen? Also ich habe gelesen, aber nicht alle, weil auch das funktioniert für mich dann doch im Fernsehen besser. Ich glaube auch, also ich habe auch ganz wenig mal gelesen, irgendwie mal so ein, zwei Hefte oder so. Ich weiß, Sergio Aragones hatte da mal irgendwie eine Zeit lang irgendwie so einseitige Baby-Maggie-Strips irgendwie drin. Und den mochte ich zeichnen, das total gerne. Da habe ich mal irgendwie ein, zwei Hefte von gelesen oder so. Aber gerade so das, was Andi beschrieben hat mit vielen Textblasen, ich finde auch, das sind so Sachen, die, ja, da muss man dann halt schon auch wirklich sich ein bisschen Zeit für nehmen und sich darauf konzentrieren. Das ist zwar dann cool, gerade wie zum Beispiel Zugfahrt, dass man dann nicht zu schnell durch ist durch so ein Heft, dass man auch ein bisschen mehr Zeit damit verbringen kann. Aber es kann natürlich dann auch ein bisschen lästig werden. Also ich glaube, solche Sachen muss man, glaube ich, auch wirklich häppchenweise lesen. Das macht es dann, glaube ich, auch besser, wenn man so, diese, ne, wir haben es wahrscheinlich öfter gesagt, diese klassische Klo-Lektüre, dass man mal so eine Kurzgeschichte halt irgendwie mal liest und dann irgendwie ein paar Tage später irgendwie die nächste liest. Aber jetzt nicht irgendwie sich das ganze Ding zwingt, geschweige denn mehrere Hefte am Stück dann irgendwie noch reinkommt. Du hast gesagt, es war irgendwie ein Sonderband, also ich vermute mal, es war dann irgendwie noch was Dickeres dann wahrscheinlich auch. Ja genau, da sind ja auch 160 Seiten oder so, da sind dann auch Specials drin. Das ist ja dann, ich habe von diesen Kurzgeschichten erzählt, hier ist irgendwie auch so eine Kurzanleitung, wie zeichnet man am besten Radioactive Man drin und wie zeichnet man das nicht und so. Es ist schon, also ich stimme dir absolut zu, das Schnäppchen, also Schnäppchenweise, Häppchenweise Ding, das funktioniert hier auf jeden Fall gut. Und leider ist es halt auch so, dass schon innerhalb des Heftes, es wirkt halt, dadurch, dass halt hier noch dieser Halbsatz-Gag mit rein sollte und so, wirkt es zeitweise auch echt ein bisschen unrund. Das liest sich nicht so flüssig nett weg, keine Ahnung. Also als Sonderband ist, glaube ich, das falsche Format für die Simpsons. Und jetzt ganz im Ernst, Hardcover-Sammelbände bei Splitter, ich bin gespannt. Auch ich habe dazu eine gewisse Vergangenheit, damals als Leger-Legende noch im Comic-Shop gearbeitet hat, war wirklich so die Hochphase unter den Simpsons-Comics. Da waren regelmäßig auch Zeichner von den Simpsons in Frankfurt und die waren wirklich sehr, sehr gut besucht. Ich habe die auch jahrelang richtig gern gelesen, aber vieles davon ist nicht so gut gealtert. Bei mir sind immer herausgestochen die Bart-Simpsons-Horrorshows, weil sich da unterschiedliche KünstlerInnen immer ausgetobt haben, auch Jill Thompson, und zwar mit Horror-Hommages versehen. Die Reihe hat mir mit am meisten Spaß gemacht. Mein Lieblingscharakter bei den Simpsons ist dann auch noch Sideshow Bob, also der, der Bart umbringen will. Ähnlich wie die Horror-Comics bringt das einfach noch einen schönen, kranken, morbiden Humor mit rein. Sideshow Bob wurde übrigens von Brad Bird von Pixar erfunden, was denen einfach nochmal eine Spur interessanter macht. Und die Bart-Man und Radioactive-Man-Comics, die haben mit ihren Anspielungen auf das Superhelden-Genre deutlich mehr Bezug zur Comic-Branche gehabt und sind deutlich besser gealtert. Und deswegen die Bart-Simpsons-Horrorshows, Sideshow Bob, Batman und Radioactive-Man und so ein Crossover mit Futurama, die haben auch so das Potenzial gehabt, dass man die mehrmals liest. Der Rest hat auch ganz gut entertaint, aber ich hab diesen Band, den du gelesen hast, auch vor Jahren gelesen, da ist mir gar nichts hängen geblieben. Spricht dann leider auch für sich, aber ich mochte die Zeit, wo es diese Comics gab, zumindest für ein paar Jahre lang. Irgendwann hab ich's dann auch nicht mehr verfolgt, aber ja, ich verstehe Steffen Volk mal, dass er das gerne betreut hat, eben auch wegen den vielen Simpsons-Zeichnern, die da vorbeigekommen sind. Und auch ein Sergio Aragones, der dann da wirklich seinen Stil mit unterbringen konnte, als einer der wenigen. Vielleicht noch die Zeichner von den Bart-Simpsons-Horrorshows, die da auch einen sehr individuellen Stil dabei hatten, aber sonst ist es wirklich so dieser Disney-Style, das muss so und so aussehen. Den Freiraum hattest du in den anderen Comics dann eben doch, dass du da experimentieren konntest. Dann wirklich noch der Vollständigkeit halber, damit ich's jetzt komplett habe, was ich da jetzt mit dem Splitterverlag die ganze Zeit erzähle, in deren Sub-Label Toonfish, also deren Funny-Label, Imprint heißt das Wort, genau, da erscheinen, sind geplant, aktuell drei Hardcover, der erste hat 416 Seiten, zu The Simpsons Treehouse of Horror, Necronomibus 1, Gruselspektakel und Glibbertentakel heißt hier, die erste Ausgabe, und gibt's zum Vorzugspreis, wenn ihr vorbestellt, für nicht ganz 50 Euro, danach wird's teurer. Aber das könnte was sein, was eventuell noch ein bisschen mehr Spaß mitbringt, weil ich stimme dir zu, Patrick, dass die Gruselsachen bei den Simpsons immer so die Highlights waren. Cool. Dann mach ich weiter mit auch irgendwie Gruselsachen, wenn auch nicht wirklich. Steuererklärung. Das ist zum Glück meine Frau schon erledigt. Blood of the Virgin, das klingt doch noch Gruselsache, oder nicht? Also, beschwert euch mal nicht. Ähm, großer Schlappen, ungefähr 300 Seiten im Hardcover, relativ großes Format bei Reprodukt, von Sammy Harkam geschrieben, gezeichnet und überhaupt fast alles gemacht. Ist gerade jetzt dieses Jahr bei Reprodukt erschienen und ist auch dieses Jahr erst in den USA bei Pantheon erschienen. Zumindest in dieser gesammelten Form, denn eigentlich ist diese Geschichte schon über Jahre hinweg in Fortsetzung in einzelnen Heften erschienen, die Sammy Harkam gemacht hat unter dem Namen Crickets. Das kann man sich vorstellen, so ähnlich wie es Chris Ware mit, wie heißt es wieder bei Chris Ware, Acme Novelty Library macht oder Seth mit Palookaville, wie es Dan Klaus mit 8-Ball gemacht hat, dass er immer mal wieder so ein Heft rausbringt, wo dann irgendwie ein Kapitel drin ist von einer längeren fortführenden Geschichte und dann noch weitere Kurzcomics oder irgendwelche Sachen mit drin. Und Sammy Harkam hatte eben diese Reihe Crickets, da in den Heften 3 bis 8 waren Episoden von Blood of the Virgin drin und dann noch in der Anthologie Kramers Urgot Nummer 10, die Sammy Harkam auch verantwortet hat. Auch da waren Teile von Blood of the Virgin drin. Das Ganze ging 2011 schon los und hat dann eben entsprechend jetzt seit über 10 Jahren gedauert, um vollendet zu werden und liegt jetzt eben in diesem Sammelband vor. Ich habe gesagt, Sammy Harkam hat fast alles alleine gemacht. Er hatte noch, wie es heißt in der deutschen Ausgabe, Farbassistenz von Yuki Chan und von Kevin Heisinger. Und die Übersetzung Deutsche ist von Lukas Elstermann und das Lettering in der deutschen Ausgabe ist von Celine Merrienne. Also, ich habe es gesagt, 300 Seiten Hardcover über viele Jahre entstanden. Hat also auch diverse Kapitel und heißt Blood of the Virgin. Es ist nicht so blutrünstig, wie der Titel verspricht, aber es spielt in den 70er Jahren in Los Angeles in der Filmszene eben von so Beam-Horror-Movies, wie man sich es irgendwie aus der Roger Corman-Ecke irgendwie vorstellen kann. Vielleicht sogar noch eine Schiene niedriger. Und es wird in diesem Comic ein Film gedreht namens Blood of the Virgin. Die Hauptfigur ist der Autor dieses Filmes, der eigentlich als Cutter arbeitet für eben so eine Produktionsfirma von billigen Horrorfilmen, aber eben nebenbei auch noch ein Drehbuch geschrieben hat. Und das wird dann tatsächlich auch angenommen zum Verfilmen, erst unter der Regie von einem anderen Typen. Und den schmeißt man dann aber raus und der Autor selbst kriegt dann die Gelegenheit, auch Regie zu führen. Und ja, das ist so ein bisschen so sein Traum seiner Karriere eben auch so sein eigenes Drehbuch geschrieben zu haben, den eigenen Film daraus zu machen. Und aber natürlich auch mit all den Hindernissen, die dann bei so einer Billigproduktion dann auch mit dazukommen. Das Ganze ist aber auch nur so ein Aspekt dieses Comics. Es geht dabei dann eben auch noch so um sein Familienleben. Er ist verheiratet mit kleinem Kind und wie dieses Familienleben auch darunter leidet unter dieser Arbeitssituation, dass er erstens nicht wirklich Geld verdient damit und zweitens dann auch noch irgendwie einen kummelen Job hat mit komischen Zeiten und Leute irgendwie ständig was von ihm wollen und er nicht so viel zu Hause ist, auf Partys geht und all solche Sachen. Es geht um die Identität als Immigrant. Er ist aus dem Irak in die USA gekommen. Seine Frau ist über Neuseeland und die Familie aber auch wieder woanders her, habe ich vergessen. Also die sind auch nicht ursprünglich in den USA ansässig. Also dieser Teil der Geschichte ist noch so mit drin. Es gibt ganz viele Aspekte. Es ist eigentlich so ein Bild eines Lebens zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Umfeld und die Schwierigkeiten, die sich da so mit ergeben. All diese Aspekte sind drin. Also es ist so ein Bild von Los Angeles im Billigfilmsegment und was macht es dann aber auch noch so mit dem privaten Leben mit dabei. Es ist, kann man so sagen, wirklich, wie man es von Reprodukt kennt, ist einfach so ein amerikanischer Indie-Comic, nahezu in schwarz-weiß, immer mit so einer Graustufe noch mit dabei. Und zwischendrin gibt es dann mal einzelne Kapitel, die auch mal in Farbe sind, die dann so Rückblicke oder so ein bisschen so andere Aspekte erzählen, die jetzt nicht vordergründig mit den Hauptfiguren zu tun haben. Später gibt es dann mal ein Kapitel, das komplett aus der Sicht seiner Frau dann erzählt wird. Und ja, es ist so ein Atmosphären-Comic, der einfach eine Stimmung transportiert. Ich finde es sehr schön gezeichnet und auch wirklich toll erzählt, sowohl grafisch als auch von der Schreibe her. Es ist relativ experimentell, also experimentell ist zu viel gesagt, aber die Seiten sind nicht sehr einheitlich. Manche Seiten haben sehr, sehr viele, sehr kleine Panels und dann haben manche Seiten wieder einfach nur so sechs Panels in relativ groß. Also Sammy Harkin nimmt sich da auf jeder Seite quasi so das Format und den Platz, den er da jeweils gerade braucht. Und das aber auch wirklich absolut gelungen. Also das ist niemals irgendwie so, dass man sich denkt, die Seite wäre jetzt überladen oder es wäre unruhig oder es wäre verwirrend oder so. Also wirklich gut erzählt, viele Panels dann auch komplett ohne Text, also auch viele stumme Panels, die aber trotzdem immer wieder flüssig zu lesen sind und alles verständlich auch rüberbringen. Ich war sehr gespannt auf den, ich hatte das so ein bisschen mitbekommen, als der angekündigt wurde, war sehr gespannt auf den. Das ist jetzt auch ein Rezensionsexemplar, das wir von Reprodukt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und ich habe den sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe den immer wieder gern zur Hand genommen, bis ich dann durch war durch diese etwa 300 Seiten. Ist auch wunderschön gemacht. Das ist irgendwie ein schöner Band, schön gestaltet. Auch Cover und komplette Produktion von dem Buch ist wirklich gut. Gutes Papier. Kann ich sehr empfehlen. Ja, wer also so diese amerikanische, kanadische Indie-Comic-Ecke mag und oder wer sich so ein bisschen für so Produktionssachen, so für das Filmbusiness von billigen Horrorfilmen mit interessiert, beziehungsweise wer so diese Szene so als Hintergrund für eine Geschichte gerne mag, ist hier wirklich sehr, sehr gut bedient. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Blood of the Virgin. Hatte den irgendwer sonst noch so mit auf dem Schirm gehabt? Habt ihr von dem schon was mitbekommen, Andi? Ja, auf jeden Fall, weil ich natürlich, du hast quasi gesagt, hier mach mal und haben mir ja dankenswerterweise dieses Rezensionsexemplar bekommen. Ich wusste also, dass es den gibt, fand den auch interessant und fand auch schon cool bei dem Cover, wenn man da so guckt, ne? Also diese Rauchschwaden, die da alle eben hochziehen. Vom ersten Eindruck war ich irritiert, hä, was ist denn das, hä, sieht komisch aus. Ah, das sind diese Rauchschwaden aus der Zigarette. Dann fällt da relativ schnell auf, okay, der hat da gar keinen Schlips, das sind irgendwie so Filmaufnahmen, so Filmrollen und so, das ist schon ganz cool. Und bei der Leseprobe, die man sich auf der Seite des Verlags anschauen kann, da fallen mir natürlich verschiedene Sachen auf. Du hattest gemeint, dass es sich immer genau die Anzahl an Panels pro Seite nimmt, die ja gerade so für wichtig und richtig hält. Und da fallen mir jetzt hier zwei Szenen auf, in denen dann konkret quasi Geschwindigkeit damit auch erzeugt wird. Zum einen die Szene, wo Essen gemacht wird. Ja, also da wird dann halt in zweimal acht ist die Panelreihenfolge, zweimal vier sind das Panels. Und da sehen wir halt einfach, wie geschnibbelt wird, wie gekocht wird, wie Dinge in Töpfe und Pfannen verschwinden und dann zu was Warmen zu essen werden. Und das einfach, das erzeugt einfach aus dem Gesamtfluss, aus dem Lesefluss eine gewisse Geschwindigkeit, das finde ich toll. Und dann noch eine vergleichbare Szene, wo er scheinbar irgendwas mit Filmschnitt macht. Das funktioniert auch super. Dann ist hier auf jeden Fall auch drin, ohne dass ich da jetzt sehr drauf eingehen möchte, eine sehr intime Szene, die ich, sagen wir mal, nachvollziehen kann. Auch in der Leseprobe ersichtlich. Und das scheinen alles so Sachen zu sein. A. Spiegelman hat es hier auch noch zitiert damit, dass er den Sammy Harkham als den meisterhaften Comiczeichner und bemerkenswert subtilen und komplexen Erzähler bezeichnet. Und falls diese Leseprobe stellvertretend ist für das ganze andere Buch, dann ist es auf jeden Fall genau so der Fall. Ich finde es sehr interessant, ich würde es auf jeden Fall lesen. Was für Abmessungen hat das hier? 20,5 mal 27,5, das ist schon groß, ne? Ja, also es ist halt so, ich habe jetzt keinen so richtigen Vergleichskomik daneben. Ich würde sagen, es ist ungefähr so breit wie so ein Splitteralbum, aber nicht ganz so hoch oder so. Aber ja, also es ist auf jeden Fall größer als ein US-Heft. Ja, ich würde es gerne mal lesen. Ich mag das. Ich mag vor allem auch die Entstehungsgeschichten, also gerade solche Storys um L.A. und Hollywood rum. Und auch wie er das in diesem dynamischen Stil erzählt. Ich kann mich erinnern, immer wenn wir was von Asterix oder Lucky Luke vorstellen, dann beschweren wir uns über dieses enge Korsett. Hier ist es durchbrochen und er nimmt sich die Panels für die Szenen, die er braucht. Ja, auch diese intime Szene, die kann jeder irgendwo nachvollziehen. Es ist was Ungeschöntes, aber trotzdem nichts komplett Pessimistisches. Irgendwo hat das noch was Authentisches, was Herzliches an sich. Mir gefällt der Stil auch sehr. Wer ist jetzt der andere, Andi? Ich hätte es mir sofort von dir geliehen, nachdem du das vorgestellt hast. Und nee, also wirklich so diese Geschichte von Hollywood, die fasziniert mich immer wieder. Und hier in dem Sinn, ich würde es auch direkt lesen, spricht mich auch von der Leseprobe auf der Seite von Reprodukt an. Und ich habe da wirklich mit Andi sehr oft über Filme diskutiert, die wirklich mit Hollywood zu tun haben. Ich verstehe absolut, dass das dein Ding ist. Rizum, ich glaube, das könnte dir auch gut gefallen. Klingt das so, als würde es dich interessieren? Ja, da würde ich mich zweifellos anschließen. Kurz und knapp, so mögen wir das. Wunderbar. Also nochmal vielen Dank an Reprodukt. Und starke Empfehlung von mir, Schrägstich uns, Blood of the Virgin. Und damit kommen wir zur... Wie eingangs schon erwähnt, wir besprechen das zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest aktuelle Batman-Heft aus dem Panini-Verlag. Batman 73 mit dem Cover-Datum Juni 23. Das finde ich immer gut. Das ist bei amerikanischen Comics, glaube ich, auch so, dass die immer in einem anderen Monat rauskommen, als der Monat, der aufgedruckt ist. Habe ich noch nie verstanden, warum das so ist, aber meinetwegen... Dein Gehaltscheck kommt auch zu einem anderen Monat, wo du gearbeitet hast. Das kommt drauf an. Ja. Meine Arbeit leistet ich aber trotzdem in einem Monat. Naja. In den Staaten ist das so, weil die Vertriebswege so enorm lang sind. Wenn du auf dem Kaff irgendwo um nirgendwo wohnst, zumindest war das früher so, heute wird das anders sein, dann war es teilweise einfach so, dass dieses Comic einen Monat gebraucht hat, bis es da war. Und das ist der Grund, warum das in den Staaten so ist oder warum das in Deutschland so ist, das kann ich nicht sagen. Nun ja, jedenfalls. Neue Story, perfekt für neue Leser. Neuer Autor, Chip Zdarski. Einmal mit Y und einmal mit I auf dem Cover. Da waren Profis am Werk. Batman kämpft um Robins Leben, Ausrufezeichen, mit zwei Postern. Es ist also ein Wendeposter. Also wirklich, also auch noch ein, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es ist ja auch noch ein Klappcover. Also wenn man das Heft komplett auseinanderklappt, ergibt sich ja über den Rücken und das Titelbild ein ganzes Bild. Also da kriegt man was für seine 5,99 Euro. Das Poster, das lässt das Heft nochmal doppelt so dick wirken, wie es dann eigentlich ist. Also wenn du das draußen hast, ist es ein normal dünnes Heft. Bin auch am Anfang erschrocken, dachte, cool, das ist jetzt endlich mal wieder so ein dickes Comicheft. Nö. Wenn du das Poster rausnimmst, ist es ein normaler Comic, ein normales deutsches Comicheft? Ja, der Inhalt, wenn man sich die amerikanischen Hefte anschaut, sind Batman 125 Teil 1 und 2 und Batman 126 Teil 2. Also ich vermute, Batman 126 Teil 1 ist dann im nächsten Heft. Chip Zdarsky eben als neuer Autor hat jetzt da die Reihe übernommen. Chip Zdarsky hat schon einen Haufen andere Superhelden-Comics gemacht und vorher auch noch selber so eigene Indie-Sachen und so. Also es ist kein ganz unbekannter Name mehr in der amerikanischen Comic-Welt. Und ja, ist jetzt Batman-Autor. Andi, du hast dir gewünscht, dass wir mal wieder ein Superhelden-Heft machen. Schieß mal los. Was war dein Gedanke dabei und was waren deine Gedanken beim Lesen dieses Heftes? Ja, also mit Herzen, da ist Batman ja immer schon auch einer meiner Lieblings-Superhelden gewesen. Und ich hatte hier und genau genommen habe ich gar nicht das Heft gelesen, denn ich habe das US-Hardcover gelesen, in dem quasi die komplette Storyline drin ist. In den Staaten ist ja alles schon erschienen. Und dieses Hardcover hat ein YouTuber irgendwie in die Kamera gehalten, der hat sich das bestellt und fand es voll geil. Und das ganze Ding heißt auch Batman Failsafe. Und neuer Autor, Batman und ich sage mal so, Tom King, der war ja einer der letzten, wenn nicht gar der letzte, hier in Deutschland erschienene Comic-Autor, der hatte mich recht schnell verloren. Also ich muss einfach sagen, dass ich es irgendwann sau anstrengend fand, das zu lesen. Ich habe hier immer noch irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Hefte ungelesen in einer riesen Box rumliegen. Ich habe dann irgendwann, für alle, die sich da chronologisch auskennen, ich glaube, ich habe kurz vorm Riddler-War oder so aufgehört. Irgendwann hat Batman, glaube ich, auch Selina Kyle, also Catwoman, geheiratet oder auch nicht oder so. Doch, nee. Nee, er hat sie, glaube ich, im Endeffekt nicht geheiratet. Nee, nee. Er durfte irgendwie nicht, also ist ja auch scheißegal eigentlich, ich will nur sagen, dass das, das war nicht mehr mein Batman. So, und, ähm, also jetzt habe ich es gelesen und die Story, die mir vielleicht auch mal, kann ich gern kurz zusammenfassen. Ich hoffe, dass ich hier nichts wegspoile, aber kurzum, es gibt letztlich einen neuen Gegner. Dieser neue Gegner kommt, weil der quasi eine Backup-Option von Batman selbst installiert ist, falls Batman mal so richtig am Rad dreht und quasi böse wird. Also wenn er Waffen benutzt und Menschen tötet, was ja absolut gegen die Prinzipien von Batman geht. Und falls er mal diese Grenze überschreitet, hat Batman selbst eine Backup, ein sogenanntes Failsafe installiert. Dieses Failsafe, ohne jetzt genau zu sagen, was es eigentlich ist, weil ich möchte es eigentlich gar nicht groß vorweg nehmen, hat Batman selbst installiert. Und ich weiß nicht genau, die Frage muss ich deswegen mal an euch zurückspielen, was ist auf der letzten Seite der Hauptstory von Failsafe bei euch zu sehen? Dass Batman quasi vom Tatort flüchtet, also sie denken alle, dass da eine gewisse Person von Batman getötet wurde. Das ist so die letzte Seite von der Batman-Story, weil hier haben wir dann im deutschen Heft dann auch eine Zwoot-Story, da geht es um Catwoman. Und Zinlakei, genau. Ich glaube, die letzte Seite von Failsafe ist, wie Failsafe online geht. Okay. Da sieht man, ich vermute, das ist die Figur, die dann Failsafe heißt, sowas Roboter-artiges. Absolut, genau. Ich glaube, das kann man auch sagen, ohne wirklich was zu spoilen. Da gehe ich nicht weiter darauf ein, was diese Backup-Situation im Detail bedeutet. Das wird dann im nächsten Heft sehr deutlich beantwortet. Und auch ohne jetzt was zu sagen, aber das ist schon auf jeden Fall auch wieder volles Rohr-Action. Und zwar, und es eskaliert bis ins Extrem. So viel kann ich schon mal antiesen. Also im Prinzip ist das quasi Tower of Babel quasi neu interpretiert, weil da ging es ja auch darum, was passiert, wenn ein Plan von Batman so richtig umgesetzt wird oder wenn Batman korrumpiert wird. Wie dieser Ra's al Ghul hat da quasi Batmans Plan quasi gehackt, wenn er alle Superhelden stoppen muss. Und das hat er ihm dann quasi untergeschoben. Nur, dass er diesmal für verantwortlich ist. Ja, und es ist halt auch einfach wieder volles Rohr-Action und eine Interpretation Batmans, die halt natürlich Mainstream-ig ist ja auch, also es ist halt, wenn man so will, recht, auch von der Farbgebung her und so, relativ deutliches, bekanntes Artwork bei Batman. Das sehen wir nicht zum ersten Mal. George J. Messe hat das hier gemacht. Von dem gibt es ganz tolle Sachen, auch von Nightwing und Superman und so. Also das sieht schon alles ganz toll aus, wie ich persönlich finde, vielleicht sogar teilweise ein bisschen überladen. Aber es ist halt wirklich volles Rohr-Action und es ist insofern halt vielleicht ein guter, es ist wahrscheinlich schon eine gute Nummer eins. Andi, würdest du mir dazu stimmen? Ich finde es jetzt, ich glaube, ich muss zwei, drei Nachfragen stellen, weil ich es jetzt gerade ein bisschen schwierig finde, dass wir vielleicht, dadurch, dass du eine andere Ausgabe gelesen hast, von unterschiedlichen Sachen reden. Weil ich jetzt natürlich dieses ganze Heft, diese deutsche Ausgabe quasi gelesen habe, jetzt muss ich mal bei dir nachfragen, diese Catwoman-Story, die wir hier jetzt mit drin haben, namens Two Birds, One Throne, ist das in deiner Ausgabe auch mit drin oder ist das jetzt nur Failsafe, was du gelesen hast? Nee, die ist komplett auch mit drin, die habe ich auch gelesen, die würde ich fast schon davon sondieren, weil das ist ja quasi die Backup-Story. Das ist ja in den US-Heften nicht unüblich, dass es da eine Haupt-Story gibt und eine Zweit-Story, die dann ja auch oft von einem anderen Artist kommt, also von einem anderen Zeichner. In dem Fall ist das Bellin Ortega, wer auch immer das ist, also komplett andere Leute und die Verbindung zwischen beiden Storys ist oft nur marginal. Und den Eindruck habt ihr sicherlich auch hier nach Lektüre. Also in dem Comic, Achtung, minimaler Spoiler, ist es ja so, wir erfahren, Batman ist mittlerweile verarmt, also Bruce Wayne ist nicht mehr ganz so der reiche Playboy, übrigens noch eine Parallele zu einer Story, wo Chip Charsky auch gearbeitet hat. Und da haben wir einen auf einmal wieder verarmten Peter Parker gehabt. Ich hoffe, ich gebe das so richtig wieder. Und ja, diese ganze Hochzeit-Story ist daneben gegangen. Catroom hat jetzt einen neuen und das spielt quasi parallel dazu. Es gab da wirklich einen extrem lustigen Shot, wo ich dachte, ist das jetzt nicht ein bisschen auffällig? Und da gibt es eine Attacke bei so einer Playboy-Veranstaltung, beziehungsweise bei einer der reichen Menschen. Und Batman muss sich kurz umziehen und er zieht sich nur die Batman-Maske an. Er hat gar nicht mal diesen Anzug an und alles. Er agiert schnell, dass da keiner auf eins und eins zusammenzählt. Er hat jetzt gerade denselben Anzug an wie Bruce Wayne und so. Es muss Batman sein. Ich fand es dabei extrem lustig, dass Batman nur mit der Maske und dem normalen Bruce Wayne-Anzug extrem aussieht wie Black Set. Da muss ich wirklich sehr lachen. Stimmt, ja, stimmt. Aber war garantiert keine Absicht. Ich glaube, den Staat kennt keine Sau Black Set. Er sieht halt wirklich aus wie Black Set. Das stimmt tatsächlich, ja. Okay, da waren jetzt, also es sind beide Geschichten drin. Aber jetzt, okay, bringen wir uns eine Struktur rein. Glaubt ihr, dass beide Geschichten im Zusammenhang stehen? Habt ihr diesen Eindruck nach der Lektüre? Also, weiterhin, nachdem ich jetzt also wieder nur ein Kapitelchen von Failsafe gelesen habe und dann zwei Kapitelchen von der Catwoman-Geschichte. Ich finde die Veröffentlichungspolitik ein bisschen komisch. Also ich habe mich schon gewundert, weil auch offensichtlich, ich bin da nicht so tief drin, wie ihr merkt. Ich lese Superheldenhefte quasi nie. Ich fand es schon komisch, dass eben Batman 125 1 und 2 und von Batman 126 dann 2 drin ist. Ich bin gespannt, was dann im nächsten Heft drin ist. Ich werde es nicht rausfinden, außer ich fasse es zufällig mal an, wie dann da so die Aufteilung ist. Ich war tatsächlich auch ein bisschen verwirrt so beim Lesen, weil mir das eben nicht so 100% klar war, dass die Dinger komplett nichts miteinander zu tun haben müssen. Und ja, also ich hatte das Gefühl, bei beiden Geschichten jeweils irgendwie so ein bisschen zu wenig zu haben. Was du über das Artwork gesagt hast, dass es ein bisschen überladen ist. Also Jorge Jiménez finde ich einen guten Illustrator, aber was jetzt so das gesamte... Ich glaube, mir ist einfach diese digitale Zeichnung teilweise zu glossy. Ich finde, manche Panels finde ich sehr schön, aber insgesamt ist es einfach nicht so ganz mein Genre, glaube ich. Und über die Geschichte an sich kann ich, glaube ich, anhand von diesem bisschen, das ich jetzt in dem Heft gelesen habe, noch nicht so richtig gut was sagen. Das ist einfach nur ein ganz persönliches Ding. Ich war ein bisschen gelangweilt, dass am Ende da so ein Roboter steht. Also auf die Figur habe ich keinen Bock. Aber Andi hat es wirklich angesprochen. Du siehst auch am Ende von dieser Catwoman-Story, ja, weiter geht es in Heft 75 mit der Catwoman-Story. Deswegen denke ich, dass die sich da schon was dabei gedacht haben, dass diese Batman-Stories jetzt back to back da veröffentlichen müssen, damit da der Erzählfluss besser stimmt. Gut, dass du das sagst. Ich glaube, das war das, was ich vorhin meinte, was ich noch in Verwirrung hatte, dass da steht, weiter geht es in Batman 75 und hinten ist natürlich Batman 74 angekündigt, weil das jetzt die 73 ist. Das heißt wahrscheinlich, in der 74 sind dann jetzt zwei Batman-Kapitel drin, zwei Failsafe-Kapitel oder was? Laut Internet wird das so sein, ja. Ja, wie gesagt, käme ich nicht aus. Ich verstehe, dass du da nicht ganz in der Materie drin bist. Ich habe da wahrscheinlich wie Andi auch einige Inspirationsquellen beziehungsweise klassische Batman-Stories rausgesehen, die da zitiert werden, unter anderem Death and the Family natürlich. Wir wollen da jetzt nicht großartig spoilern. Ich fand, der hat sich relativ flott gelesen, fast schon zugehetzt. Andi sagt, ja, da wird es ein Action-Feuerwerk quasi noch geben. Ich werde da jetzt ein bisschen weiter am Ball bleiben. Für mich hat sich dieses Ding dadurch, dass diese Catwoman-Story mit drin war, ein bisschen angefühlt wie so ein Gratis-Comic-Tag-Heft, wo man möglichst viel zeigen wollte und die Leute möglichst anfixen wollte. Und nichts gegen Gratis-Comic-Tag-Hefte, ich mag die nur. Da hat sich das irgendwie nicht ganz so organisch angefühlt. Breedstorm, hast du auch eine Meinung zu dem Heft? Du bist ja jemand, der auch einiges an Comics gelesen hat und vor allem auch Batman kennt. Zum Beispiel die Anspielungen, hast du die auch gesehen? Erzähl mal, wie waren deine Eindrücke nach der Lektüre? Ja, also es wird ja jetzt der große Einstiegszeitpunkt hier so empfohlen. Und das kann ich für mich jetzt nicht so benennen. Diese Geschichte des am Boden liegenden Helden, der nichts mehr viel hat, das war so ein Daredevil-Moment für mich so. Das passiert ihm ja ständig. Und für mich wäre es jetzt tatsächlich so kein Grund, die Serie weiterzulesen. Dafür hat mich die Story dann doch zu wenig gepackt. Wo ich die Grundidee, dass er halt am Boden liegend, nicht mehr allzu viel Kohle hat, ganz gut finde. Aber es wirkt sich ja bis auf so Kleinigkeiten in keinster Weise aus. Also er hat noch das Bettmobil zur Verfügung. Und das hilft ja schon in vielen Momenten sehr, sehr viel weiter. Es geht trotzdem auf Playboy-Partys. Also es wird kurz thematisiert und dann spielt es keine Rolle mehr. So ist es. Also mich hätten sie jetzt wahrscheinlich hiermit nicht bekommen. Und ich zweifle ein bisschen dran, dass ich das weiter kaufen werde. Ja, ich würde nichts sagen, außer, dass der Action-Anteil auf jeden Fall hoch bleibt, die Geschwindigkeit bleibt und nimmt eher noch zu. Die Anspielungen auf bekannte Geschichten und für Batman-Fans sind weiterhin im großen Stile da. Gerade auch Dinge, die Morrison schon rausgefischt hat zum Beispiel, aus der großen, großen, ja, wenn man so will, Batman-Kartei. Okay, optisch finde ich es ganz cool, aber es sind, naja, letztlich gebe ich dem Andi schon recht, es wären vielleicht schönere Poster, als es jetzt Comics sind. Ähm, ja. Und ich stimme euch ja auch zu, dass eigentlich nichts eine Konsequenz hat. Das ist eigentlich alles scheißegal. Gerade das Geldding einfach völlig Wumpe. Irgendwie hat er dann doch noch Geld. Weil, naja, letztlich steckt sein Geld ja auch in Anlagevermögen und so. Batman, ne? Schönes Ding. Aber auch die B-Story, gell? Das ist ja auch wieder so Catwoman. Okay, also ich muss mich echt durcharbeiten durch das Catwoman-Ding. Ich hab das ja immer, das ist gut hier, das ist gebündelt abgedruckt. Das ist gebündelt Failsafe, dann gebündelt Catwoman, dann gebündelt weitere Dinge, die noch erscheinen werden. Und das Catwoman-Ding ist super anstrengend zu lesen, finde ich. Ich kam überhaupt nicht rein. Und das ist halt auch wieder so, genau wie Harley Quinn, so eine übelst ultra-sexualisierte Figur. Also, engen Lack, Leder, okay, das ist halt immer schon so. Aber du kannst sie eigentlich förmlich in den Schritt gucken, und du siehst auch, also ein bisschen Haut dann schon und so, alles sexy. Ja klar, musst du halt auch machen, so ist die Figur angelegt. Es gibt ja auch andere Frauenfiguren im DC-Universum, aber das hier ist halt voll auf die Nase. Muss man wollen, sag ich mal. Ich fand den Zeichenstil bei beiden Comics sogar ziemlich gut. Ich lese teilweise auch recht gerne Catwoman-Comics, eben weil ich auch diesen Brubaker-Run gelesen habe, wo sie eben von dieser klassischen The Dark Knight-Catwoman zu der Comic-Catwoman ist, die wir kennen. Also, da hat sie sich davon emanzipiert. Da erfährt man, wieso sie jetzt quasi diese anderen Klamotten hat, ohne diesen Greifschwanz viel kennt. Ja, sie hatte damals noch so einen rosa Anzug, wo sie noch quasi so einen Katzenschwanz hatte. So ist sie noch in dem alten The Dark Knight-Comic rumgelaufen. In der Ed Brubaker-Story wird dann erklärt, wieso sie jetzt dann auf einmal diese Diebesbrille anhat und ihr normales Catwoman-Kostüm hat, das wir jetzt seit Jahrzehnten kennen. Aber Catwoman, da schwankt die Qualität eben wirklich von den Autoren und von den Zeichnen. Das ist ähnlich wie bei Supergirl, dass die teilweise dann arg sexualisiert wird. Nee, lest mal die richtigen Catwoman-Stories, dann lernt ihr die auch als Charakter zu schätzen. Oder schaut noch mal Batman Returns, da ist sie ja auch super charakterisiert worden. Oder auch in dem legendären The Dark Knight Rise, wo Anne Hathaway sie auch ganz gut dargestellt hat, auch wenn ich an dem Film andere Probleme habe. Ja, dann doch lieber bei Catwoman sowas lesen wie When in Rome oder sowas, was ja auch high-end ist, eine Zusatzgeschichte zu Long Halloween und so. Das ist schon deutlich, ist schon eine andere Sache. Das ist einfach eine andere Qualität. Aber da hat diese Sexualisierung immer wieder mal so eine Rolle gespielt. Ja, sie ist ja auch je nach Interpretation Prostituierte. Das ist sie an den aktuellen Comics nicht mehr. Da ist sie keine Ahnung, wie wählen die bin oder was. Aber sie ist ja auch im Year One zum Beispiel, also im alten Year One, ist sie als Prostituierte. So, und da kann ich das schon auch nachvollziehen. Da ist die Figur so angelegt. Genau wie Harley Quinn, die jetzt ja auch eher so zum Teenage und eher so verhältnismäßig brav crazy ist, die war ja in ihrer Entstehungsgeschichte auch krass durchsexualisiert. Und auch, keine Ahnung, Poison Ivy ist ja auch eine durch und durch sexualisierte Figur. Das ist ja auch in Ordnung. Nightwing wird ja inzwischen auch weitestgehend als Sexsymbol präsentiert. Es gibt so Figuren, es gibt ein Publikum und das ist natürlich für meines Erachtens grundsätzlich auch nichts Falsches. Ich finde es nur schwierig, wenn da hin und her gewechselt wird und wenn das nicht kohärent ist. Und gerade so große Figuren in den großen Serien, boah, weiß ich nicht. Jetzt habe ich unterschiedliche Auffassungen dazu, wie das gekommen ist. Da hast du es wirklich thematisiert. Catwoman setzt ihren Körper wirklich mit allen Facetten dann quasi als Waffe ein. Ähnlich wie eine Harley Quinn, auch die hat sich mittlerweile emanzipiert. Aber ich kann es verstehen, dass du dann gewisse alte Fans dann trotzdem noch ein bisschen damit quasi ködern willst. In der Hinsicht empfehle ich wirklich deine genannten Comics. Und auf Wow ist aktuell auch die Harley Quinn-Serie, die ich sehr empfehlen kann. Das ist quasi das bessere Birds of Prey. Da ist jetzt auch die dritte Staffel quasi raus. Und da spielt es auch eine Rolle, dass ein gewisser James Gunn jetzt zu DC gewechselt ist, der dann da einen Film über Thomas Wayne dreht. Es spielt da eine gewisse Rolle. Das habe ich heute nebenbei durchgepünscht. Das hat auch sehr Spaß gemacht. Ich verstehe es, dass diese Sexualisierung quasi manchen aufstoßen kann. Es ist eben Hollywood. Es ist irgendwo ein Teil. Es kann man kritisch sehen. Manche sehen es als Unterhaltung. Und vielleicht interpretieren die wieder echt viel zu viel rein. Will jemand noch irgendwas dazu sagen? Schließen wir Batman damit ab? Dieses eine konkrete Comic-Thema, das hätte ich jetzt persönlich abgeschlossen. Ich hätte ja noch ein Abschlussthema. Wir haben noch nicht ganz zwei Stunden auf der Schüssel. Wenn ihr Bock habt, können wir da nochmal drüber reden. Schieß los. Okay. Ich weiß, was du meinst. Denn ganz aktuell gibt es mal wieder, und das ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, die Situation, dass einer meiner Lieblingsverlage eine Crowdfunding-Aktion durchzieht. Vor nicht ganz allzu langer Zeit war es Reprodukt. Die haben eine Crowdfunding-Aktion gemacht, um den Verlag zu retten. Ich glaube, sie hat einen Erfolg. Das gibt sie noch. Und jetzt ist ein anderer Verlag, von dem ich auch offen und ehrlich sage, ist einer meiner Lieblingsverlage. Die Rede ist von jemand geringeren als Edition Moderne. Wir hatten ja auch das große Interview am Start, das ihr gerne nochmal nachhören könnt. Und auch der Verlag Edition Moderne steht. Und der aktuellen Situation stünde er vor dem aus. Die haben ein bisschen gerechnet, haben gemerkt, dass sie mit ihren aktuellen Einnahmen und ihren aktuellen Rücklagen noch bis zum Frühjahr nächsten Jahres durchhalten, also 2024, und danach ist der Verlag tot. Und darüber möchte ich mich gerne mit euch ein bisschen unterhalten. Denn das ist natürlich was Besonderes. Also für mich geht dieser Verlag Edition Moderne, durch dessen Portfolio ich durchscrollen kann oder durchblättern kann, viel eher. Da ist ja wirklich jeder zweite Comic, finde ich, herausragend gut. Da ist so viel geiler Scheiß dabei. Das ist natürlich aus Sicht eines Comic-Fans, aus Sicht eines, wenn man so will, ja dann auch Kunstschätzenden, wäre das natürlich mega krass, der Verlust. Also zusammen mit dem Avant-Verlag, Reprodukt, die man jetzt nennen könnte, Jaya-Verlag im Stück auch. Die sind ja alle so ein bisschen eine Sphäre, was so, sag ich mal, die Inhalte angeht. Und da ist es schon so, dass es für mich persönlich ein ganz enormer Verlust wäre, wenn es den Verlag nicht gäbe. Aktuell ist es so, dass es hier auf Wemakite heißt, die Plattform ist so eine Plattform für Crowdfunding-Aktionen. Dort läuft aktuell diese, ja eben, Aktion. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind bereits 86% des Ziels erreicht, von insgesamt 100.000 Franken. Ist ja ein Schweizer Verlag, die hier erzielt werden müssen, um den Verlag scheinbar zu stützen. Sie haben vor, damit ganz viele Dinge umzusetzen. Und das ist so ein bisschen die Frage, was haben die eigentlich damit vor? Ich gehe jetzt hier ein paar offensichtliche Dinge ein. Also kurzum, Digitalisierung ist für die ein neues Thema. Die haben das Ding ja übernommen vom David Basler. Neue Inhaber, Verleger sind ja Julia Marti, Claudio Barrandon und die mir noch total unbekannte Marie-France Lombardo, die scheinbar auch Mitverlegerin ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die machen das zu zweit. Wir hatten ja nur die beiden Erstgenannten hier im Interview. Und dann ist natürlich, gesteigerte Produktionskosten sind ein Thema. Ja, also Papier ist einfach teurer geworden. Man will ein bisschen umstrukturieren. Man will den Verlag neu ausrichten, weil letztlich hier auch nicht nur eine Verlagsführung, sondern auch auf Seiten der Lesenden einen Generationenumbruch erfolgen soll oder erfolgen muss viel eher. Denn die ältere Generation würde weniger kaufen. Man würde es neu ausrichten. Das tun sie auch. Sie haben hier ein neues Jahr, wenn man so will, auch neue KünstlerInnen mit am Start. Sie sind recht jung ausgeprägt. Sie werden ein bisschen experimenteller und haben da auch verschiedene Dinge jetzt gewagt, wollen auch ein neues Publikum ansprechen. Und all das sind Dinge, lest da gerne mal auf der Seite wemerkite.com. Ich verlinke da nochmal die genaue Aktion dazu, auch hier zeitnah. Die wollen sie einfach alle irgendwie umändern. Sie wollen aber gleichzeitig auch unabhängig bleiben. Sie wollen sich also jetzt nicht irgendwie in einem Publikum anbiedern oder so. Und deswegen brauchen sie jetzt Geld für, wie es scheint, einmalige Dinge, die einmal angepackt werden müssen, damit der Verlag insgesamt weiter existieren kann und weiterhin auf eigenen Beinen stehen kann. Jetzt ist das ja auch so ein Verlag, der kickt ja schon. Das kann man in jedem einzelnen Buch von Edition Moderne nachlesen. Scheint war irgendeine Form von staatlicher Unterstützung von der Schweiz. Also da ist bereits eine gewisse Kulturförderung im Gange und scheinbar reicht die nicht. Jo. Das jetzt mal so zur Ausgangssituation. Toller Verlag, unterstützenswert. Ich finde es grundsätzlich alles voll toll. Jetzt muss ich aber sagen, und da ist so ein bisschen der kritische Aspekt, der da mit einem hergeht und ich selbst habe noch nicht gespendet und weiß auch noch nicht, ob ich das tun werde, obwohl die ganz interessante, so einfach auch mal als Endkunde gesprochen, so Ziele gesteckt haben. Das kleinste Ziel, also mit 10 Franken geht es immerhin los, ist schon nicht wenig. Das nächste zweithöchste ist schon, wenn ich, Gott, jetzt erzähle ich gerade gerade, 75 Franken ist schon die zweithöchste Option. Ne, Quatsch, es gibt 25 und 50er Schritte mit verschiedenen Büchern, die man dann auch kriegt, bis hin zu richtig Deluxe-Ausgaben. Also man kann 5000 Franken investieren, wenn man das unbedingt möchte, kriegt da aber gefühlt auch den Heim Verlag geschenkt. Also das war mal zur Info. Und man muss einfach sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich habe gerade vier Verlage genannt, mit noch Reprodukt, Jaja und auch dem Avant Verlag, die alle in ein ähnliches Programm, in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich bin ja scheinbar Fan. Ich habe gefühlt, also die Hälfte aller Interviews, die ich führe, rekrutiert sich aus diesen Verlagen. Das sind auch in München wieder Menschen, die ich gern treffe, die ich persönlich einfach auch privat in einem gewissen Rahmen mag. Aber scheinbar hat es nicht gereicht, die Edition Moderne jetzt so über Wasser zu halten. Und ich finde das schade und verwunderlich, obwohl die doch so ein tolles Programm haben. Und ich frage mich halt letztlich, ob das dann, also ich sage es ungern, es tut mir weh, das zu sagen, aber ob das nicht einfach eine gesunde Marktschrumpfung wäre, wenn die Edition Moderne wegfallen würde. Wir gucken uns jetzt vergleichbar mal einen Verlag an, wie Ultraverse zum Beispiel, die einfach ein enorm großes Programm in den letzten 5, 6, 7 Jahren aufgebaut haben, so lange gibt es die gar nicht. 5 ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, die halt den Bereich Manga abdecken. Deutschsprachige KünstlerInnen, das wird auch irgendwo in Europa produziert. Da sind auch mal Experimente dabei, da sind aber auch natürlich Sachen drin, die einen gewissen Mainstream abdecken und damit den Rest des Portfolios quersubventionieren. Und das Ganze geleitet von jemandem, Dr. Joachim Kapps, der seit Jahren in der Szene, in der Branche auch tätig ist, der einiges mitgemacht hat und der dann natürlich auch mit einem Businessplan rangegangen ist. Und der macht das alleine, mit jungen Leuten. Und das ist das für mich so ein bisschen der Beweis, okay, es ist Manga, Manga boomt eh und über 50% des deutschen Comicmarkts werden vom Manga getragen. Das sind natürlich ganz andere Verhältnisse auch, das muss man auch sagen. Aber scheinbar kann es funktionieren. Man kann mit einer gewissen Anbiederung an den Mainstream und mit einer gewissen Quersubventionierung auch von Werken durchaus am Markt bestehen bleiben. Die haben eine tolle Social Media Abteilung, die machen wahnsinnig viel Videomaterial, die haben glaube ich sogar eigene Podcastgeschichten, das weiß ich gerade nicht genau. Also da passiert viel und da wird Geld umgesetzt. Und das ist für mich der Beweis, dass es gehen kann. Jetzt hat Edition Moderne natürlich ein ganz anderes Portfolio, die strukturieren um und die kommen auch mit anderen Namen und anderen, ja eben nicht mit Manga um die Ecke und haben es da natürlich schwer. Aber die sind auch nicht günstig. Gut, die produzieren auch hochwertig produzierte Graphic Novels, aka Comics. Und ich sage nur, wie viele meiner Lieblingsverlage kann ich eigentlich noch finanziell unterstützen, ruhigen Gewissens und ist da nicht irgendwo einfach irgendwann auch mal Schicht im Schacht, ist nicht irgendwann der Markt einfach auch gesättigt und wir müssen ein gewisses Einsehen haben. Das sind so Gedankengänge, die ich da einfach habe und mich frage, ob das jetzt nicht auch reicht. Ja, wahrscheinlich nehme ich Geld in die Hand und ich meine, letztlich bieten wir hier bei den Comic-Cookies und bei anderen Podcasts ja auch eine gewisse Plattform für unsere Lieblingsverlage wie die Edition Moderne. Aber so aus finanzieller Sicht muss man sich irgendwann fragen, wo ist halt die Liebhaberei vorbei und wo müssen auch solche KünstlerInnen vielleicht so ein bisschen mit einem betriebswirtschaftlicheren Gedanken an die Sache gehen. Ja, das ist ein Twist, der sich in meinem Kopf aufmacht und ich kenne noch nicht die Antwort auf diesen Twist, auf diese Fragen, die ich mir stelle. Ja, wie sieht es aus? Beatstorm, ich weiß nicht, wann du zuletzt was von Edition Moderne gelesen hast, aber was denkst du dazu? Ja, also ich schätze den Verlag auch, also Persepolis zum Beispiel, eine schöne Sache, Joe Secco haben sie noch im Start, aber also bei mir ist die Abdeckungsquote keine 50% wie bei dir. Ich habe mir auch die Crowdfunding-Kampagne angeguckt und habe gesagt, ja okay, also da ist jetzt nichts dabei, was mich jetzt erstmal im ersten Moment anspricht, was überraschend ist, weil die ja unglaublich viele Bücher haben und gut, ich mache eh selten bei solchen Aktionen mit, mit irgendwelchen Crowdfunding, aber wenn, dann finde ich eigentlich relativ zügig genau das, was ich haben will. und hier war jetzt erstmal nichts dabei für mich, was mich irgendwie gereizt hätte, dafür Geld in die Hand zu nehmen, aus ähnlichen Überlegungen, wie du sie auch hast. Ich habe mir dann gedacht, ich möchte trotzdem gerne irgendwas machen und von den Sachen, wo ich mich dann so durchgescrollt habe, haben mir tatsächlich die von Joe Secco, die ich noch nicht kannte, sehr gut gefallen und da habe ich vor, die dann auch zu bestellen, was natürlich den Verlag auch immer unterstützt. Und natürlich, wenn du ihm das Geld einfach so schickst, unterstützt ihn das wahrscheinlich mehr, als wenn du was auf einem normalen Wege kaufst. Aber da waren halt auch viele Sachen dabei, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber, glaube ich, ein Tick zu künstlerisch für mich. Also wenn schon das Cover mich optisch nicht zum Kauf bringt, dann würde es das innen drin jetzt wahrscheinlich auch machen. Und da waren für meinen Geschmack ganz schön viele Sachen dabei. Also nicht nur, wie gesagt, haben auch gutes Zeug da drin, haben wir auch besprochen in den letzten Ausgaben, immer mal, war immer mal wieder Edition moderne, auch unabhängig von den Interviews-Thema. Aber für mich wird es jetzt wahrscheinlich auf einige Ausgaben von Joe Secco hinauslaufen. Ja, Andi, was meinst du? Es war ja, als Reprodukt, damals das Crowdfunding gemacht hat, auch schon eine große Diskussion in Teilen der Comicszene und es gab da ja auch sehr starke Stimmen, gerade auch so von anderen Verlegern, die gesagt haben, ja, dann, so geht es nicht. Als Verlag kann man nicht bei seiner Leserschaft noch um Geld betteln und dass das unter aller Sau wäre, quasi mal so freigesprochen ist sozusagen. Also, ich bin da nicht so super tief jetzt irgendwie gedanklich drin. Ich habe da jetzt auch keine irgendwie festgefahrene Meinung irgendwie in die eine oder die andere Richtung. Es ist ein Werkzeug, das man nutzen kann. Es muss nicht angenommen werden. Also, wenn der Verlag sich entscheidet, das über so ein Crowdfunding zu machen, werfe ich ihm das nicht vor. Also, ich bin ja jetzt keiner, der sagt, oh mein Gott, das darf ein Verlag niemals tun. Meinetwegen machen sie das. Das scheint ja auch angenommen zu werden. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht mehr hingeguckt, aber in den ersten zwei, drei Tagen kam da schon auf jeden Fall ganz gut was zusammen. Sie waren ja meines Erachtens relativ sportlich auch mit ihrem Ziel, das sie ausgerufen haben, verglichen mit dem, was bei Reprodukt rumgekommen ist. Was jetzt den Gedanken angeht, Wirtschaftlichkeit, und man muss als Verlag auch wirtschaftlich arbeiten, etc. Und wenn man das nicht kann, dann muss man halt im Zweifelsfall dann eben auch dicht machen. Das scheint ja, soweit ich das gelesen habe, auch quasi mit ein bisschen eine Folge der neuen Leitung zu sein, dass sie sich noch künstlerischer, noch weniger mainstreamig in der neuen Programmgestaltung orientiert haben und damit dann eben ein noch kleineres Publikum irgendwie ansprechen. Und soweit ich das verstanden habe, sagen sie eben, sie müssen jetzt haben irgendwie ein gewisses Ziel und sagen, also wenn wir noch so und so lange durchhalten, dann wird das auch alles wirtschaftlich und dann klappt das auch alles so mit der neuen Programmausrichtung. Das ist natürlich gefährlich und das ist natürlich immer so eine Sache mit Kunst. Also wenn es keiner bezahlt, dann wird es natürlich schwierig, so einen Verlag dann zu führen und den es nur so mit künstlerischem Comic. Comic ist schon eine Nische und Kunstcomic ist dann innerhalb der Nische noch eine Nische. Es ist super, wenn sich sowas halten kann. Ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wenn Menschen das Engagement haben, sowas zu machen und auch solche Comics zu verlegen, sei es in Übersetzung, sei es eben auch in Eigenproduktion. Im Endeffekt, klar, ist Wirtschaftlichkeit ein Faktor. Du hast auch schon gesagt, es sind auch öffentliche Gelder aus der Schweiz, die da mit reinfließen. Sowas finde ich schon durchaus auch wichtig, so eine Kulturförderung. Theater ist subventioniert von vorne bis hinten, Film etc. alles und da darf auch gerne öffentliches Geld dann irgendwie auch in so Comic-Produktionen fließen und gerade eben natürlich auch in so Produktionen, die nicht zwingend das ganz große Publikum ansprechen, sondern eben auch ein bisschen einen künstlerischen Anspruch haben, ohne den großen Bestseller dabei mit dabei zu haben. Sowas wie Passipulus ist dann ja in gewisser Weise schon auch eine gewisse Querfinanzierung, wenn man solche Bestseller dann auch mal mit drin hat, aber die haben sicherlich auch eine gewisse Endlichkeit, was den Geldfluss angeht. Also ich finde es auf jeden Fall auch schwierig. Also ich finde es gut, wenn solche Verlage existieren. Ich bin jetzt auch nicht deren Stammkunde. Aber klar, irgendwo ist halt dann sicherlich auch eine Grenze. Also man kann jetzt nicht nur mit öffentlichen Geldern so einen Verlag dann betreiben. Also dass dann eine Bezuschussung da ist, finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das ist und was das für einen Prozentsatz ausmacht in den Kosten, in dem Budget für so einen Verlag. Aber klar, irgendwie muss man natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Wenn sie das schaffen über das Crowdfunding, wäre es schon eine gute Sache. Ich sage da nichts dagegen. Wie bei Reprodukt, sie hatten damals angekündigt, dass das natürlich auch nur eine einmalige Sache eigentlich sein soll. Also sowas kann man halt nicht ständig machen. Dann wird es natürlich problematisch. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Keine Ahnung. Ich drücke ihnen die Daumen. Absolut, ja. Ein Punkt, den ich jetzt angesprochen hatte, das steht auch nochmal auf deren Seite, ist ja, dass sie Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit steigern wollen dadurch überhaupt, dass sie das mal machen können. Letztlich sind es aktuell nur E-Mails und hier und da mal Auftritte. Dann ist natürlich auch immer das Problem, wenn die in der Schweiz produzieren, produzieren die natürlich zu anderen Verhältnissen unter Lohnkosten auch als jetzt hier in Deutschland. Sie schreiben hier, sie wollen die Lizenzarbeit weiterentwickeln. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie Sinn und Zweck hat, das alles zu tun. Da frage ich mich dann natürlich auch, was hat der David Basler eigentlich die ganzen Jahre gemacht? Also irgendwas muss da doch auch gelaufen sein. Der hat doch ein Netzwerk, der hat doch Strukturen etabliert. Und auch unter was für Bedingungen haben die den Verlag dann eigentlich übernommen und warum mussten es gleich drei Leute sein? Also all das sind so Fragen. Wäre natürlich ein Folgeinterview eigentlich total wichtig. Muss man dazu übernachten. Ja. Schon. Ach generell, man müsste sich generell immer über Crowdfunding unterhalten. Ich finde es ja auch kacke, wenn Crowdfunding gemacht wird, obwohl der Comic bereits eine Zusage von einem Verlag hat. Aktuell läuft da was bei Splitter. Ich weiß, worauf du da anspielst. Aktuell läuft da was bei Splitter. Ich hatte die Jungs im Interview, ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Ich finde es per se saugeil. Ich werde es auf jeden Fall lesen und kaufen. Aber dass die schon zum Zeitpunkt des Startens der Crowdfunding-Kampagne wussten, dass das Ding bei Splitter kommt, ist eine Bankrotterklärung für alle Beteiligten, ehrlich gesagt. Und so ist es bei vielen anderen Sachen auch. Weißt du, wenn du Indie bist, du hast keine Ahnung, wie der Ralf Singh oder so, der halt eine neue Reihe machen möchte, die dann eventuell später mal irgendwann zu irgendeinem Verlag kommt. Okay. Aber erst mal geht es darum, die Produktionskosten für das Ding selbst im Selbstverlag zu produzieren und das dann irgendwie zu publishen. Aber dann da jetzt schon mit dem Wissen, das kommt bei Verlag XY, also sorry, das ist der falsche Ansatz. So, das mag ich gar nicht. Aber gut, Patrick, ich habe dich schon wieder abgeschnitten. Erzähl doch mal, wie sind deine Auffassungen zu Crowdfunding und explizit hier auch zu dem Ding bei Edition Moderne? Also, ich verstehe ziemlich deine Meinung. Es ist ein anderes Ding, wenn ein Ralf Singh oder zum Beispiel ein Comicjob, bei dem du jahrzehntelang gefühlt Stammkunde bist und dann infolge der Pandemie sagt, uns geht es gerade wirtschaftlich nicht so gut, aber ihr könnt uns am Laufen halten. Dann bin ich da eher bereit dazu, da Geld zu investieren. Auf der anderen Seite will ich das niemanden abstreiten. Also, wenn wir damit erreichen, dass ein paar der Hörer wirklich dann sagen, okay, nee, wir unterstützen jetzt. Ich mag das ganze Portfolio richtig gern. Es sei denn, Facken, es würde mich freuen, dass dieser Verlag da am Leben bleibt. Und auf der anderen Seite sehe ich das dann skeptisch und würde mir überlegen, ja, wie wäre es, wenn ihr vielleicht zwei, drei kommerzielle Titel nehmt, die jetzt das Ganze wirklich irgendwo finanzieren. Das machen ja diverse Horrorlabels, auch Danny Books von Janu Ruhleder, der läuft ja auch quasi gut, in denen sie so zwei, drei Titel haben, die das Ganze so gewichten, dass sich der Rest des Verlages quasi finanziert. also der bestimmt das quasi im Ein-Mann-Betrieb gefühlt. Und ja, ich lese auch wirklich ein paar Sachen gerne von Edition Modern, manches ist mir ein bisschen zu speziell, aber gerade die Sachen von Tom Gold, Persepolis und natürlich von Frank Schmolke, die stechen da heraus und wir haben in den letzten Ausgaben wirklich viel von Edition Modern besprochen, die sind mir auch gut in Erinnerung geblieben, auch die Farbe der Dinge und so. Ich mag das Experimentelle, aber rückt vielleicht da so ein bisschen von dem Konzept ab und macht vielleicht 20% auch Mainstream, dass sich das dann ein bisschen besser finanziert. Und wenn es dann auch nur ein Künstler ist, ein Bekannter, der dann auch mal ein bisschen was Abseits des Mainstreams macht, doch das würde sich dann vermutlich besser rechnen und vor allem auf Signierstunden Erlang und Co. dann performen, wenn du da sichtbar bist. Deswegen liest du da ja so viel und gerne, was ich verstehe, wenn ihr da sichtbar bleibt, dann ist das wahrscheinlich auch die halbe Miete. Sehr leicht gesagt, holt euch mal irgendwas Mainstreamiges, was sich gut verkauft, weil jeder Verlag ist natürlich interessiert daran, Sachen zu haben, die sich gut verkaufen. Du, ihr bist, was ich meine. Das muss natürlich auch noch trotzdem ins Verlagsprogramm passen und wenn sich die Edition Moderne jetzt momentan seit dem Führungswechsel noch stärker in so einen Kunstanspruch auch irgendwie entwickelt hat, was ja offensichtlich auch das ist, was die Menschen, die dahinterstehen, dann eben auch wirklich machen wollen und vertreten können und da eben auch dahinterstehen, dann ist es natürlich nicht so einfach. und es ist auch von Seite der Comic-Machenden dann ja auch nicht zwingend so interessant zu sagen, okay, mein Ding passt eigentlich gar nicht in euer Programm, was will ich überhaupt bei euch? Könnt ihr überhaupt für mich das leisten, was mein Comic braucht? Also das ist ja nicht so super einfach, da auch zusammenzumachen. Erstens, überhaupt jemanden freies zu finden, den man einfach mal so ins Programm aufnehmen kann und zweitens, dass derjenige dann immer noch gewillt ist, überhaupt bei einem Verlag zu sein, wo er vielleicht gar nicht so gut reinpasst. Niklas Mahler, den du ja auch letztens interviewt hast, der ist ja auch ein Portfolio und der war auch super sympathisch, also ich würde es dem Verlag gönnen, wenn er weiterhin bestehen bleibt. Ja, also es wäre sehr schade, wenn Edition Moderne nicht weiter bestehen würde. Wir sind gespannt, ich meine, machen wir es nichts vor, die sind bei 86 Prozent oder was, das wird ja funktionieren, das Ganze geht noch 31 Tage und dann haben wir hoffentlich einen geretteten Verlag mehr. Ich fand es sehr interessant und ihr merkt schon, also da gibt es eigentlich 100 Gedankengänge und dann doch keinen und vor allem gibt es gar keine Antworten auf die ganzen Fragen, die man sich dann so stellt. Wir können nur hoffen, dass es durchdacht ist, was sie da tun und vor allem würde mich interessieren, wie das Feedback von unseren Hörern denn aussieht, oder? Bist du gut? Und schreibt auch gerne dazu, wie viele unterstützen von euch dann diese Crowdfunding-Dinger. Also, dann meldet euch gerne mit all euren Meinungen zu allen Dingen, die wir heute besprochen haben oder auch mit, was ihr sonst so an uns richten wollt über unsere entsprechenden Social-Media-Kanäle oder auch unsere Chatgruppen auf Telegram und Signal. Die Links gibt es alle in den Shownotes, sind alle zu finden. Wir sind alle überall auffindbar. Dann... Sprechst uns in München an. Genau. Wo ihr uns trefft. Auf jeden Fall. Und wie der Andi gesagt hat, drückt uns ein Bier in die Hand, wenn ihr uns ansprecht. Unbedingt. Ja. Mir bitte nicht. Weinschorle. Weinschorle, Radler bitte. Ja. Es ist aber auch kompliziert. Eine kühle Apfelschorle. Vielen Dank in die Runde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns alle nächsten Monat wieder. Macht es gut. Und adieu. Bis dann. Ciao, ciao. Bye.